Okay, let's get started. And you Bucketheads are gonna be sorry when my uncle, the Emperor, finds out you're keeping me here against my will. Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt seit der letzten Folge die Zeit genutzt und habt mit Respekt regiert. Es geht weiter mit der Reihe von Besprechungen über The Book of Boba Fett. Ich hatte ja angekündigt, dass ich diese Besprechungen in wechselnden Konstellationen machen möchte. Einfach um vielleicht ein paar andere Perspektiven reinzubringen. Deswegen freue ich mich jetzt, Echuta sagen zu dürfen zu Dasha. Hallo. Hallo Kevin. Echuta, bin ich unhöflich, kann das sein? Ja, sollte man besser nicht sagen. Ja, ich weiß ja, warum ich mich eingelassen habe. Von daher, lass es raus. Für alle Zuhörenden da draußen. Dasha ist ein Longtime Star Wars Fan und Teil unseres noch recht jungen Bucketheads News Teams. Sie war in der Dezember-Folge das erste Mal zu hören. Heute geht es aber nicht um News, sondern wir sprechen über The Book of Boba Fett, Kapitel 2 mit dem Titel The Tribes of Tatarin, Regie Steph Green, Drehbuch John Favreau, Musik Ludwig Göransson und Joseph Shirley. Dasha, ich möchte von dir gerne wissen, wie hast du diese Folge geschaut? Wodurch war da dein Seherlebnis geprägt? Ja, tatsächlich, es ist eine sehr, sehr besondere Geschichte. Normalerweise schaue ich Star Wars entweder mit meinem Freund oder alleine, wenn ich gewisse Folgen zum zehnten oder elften Mal schauen möchte. Und die Besonderheit von dieser Folge lag darin, dass als die Serie rauskam, wir uns gerade im Urlaub mit befreundetem Paar befunden haben. Und da sie nicht so viel mit Star Wars anfangen konnten, hat sich das angeboten, gemeinsam die erste Folge zu gucken. Und ich habe dann hin und her überlegt, wie baue ich das jetzt hier in den Urlaub ein? Bestehe ich drauf, ja oder nein? Man möchte ja irgendwie, dass es allen gut geht. Und ich habe es am Ende sein gelassen. Ich habe dann aber, nachdem ich selbst die erste Folge gesehen habe und so begeistert war, mir gedacht, sie schauen super gerne gute Serien. Und wenn ich denen einfach nur The Book of Boba Fett nicht als eine Star Wars Serie verkaufe, sondern einfach nur als eine gute Serie, vielleicht machen sie dann einfach mit. Dann habe ich denen meinen Plan vorgestellt. Die haben sich die erste Folge zu Hause angeschaut und fanden sie gut. Und also verabredeten wir uns für den Mittwoch, um die zweite Folge gemeinsam zu schauen. Und das war für mich was ganz, ganz, ganz Besonderes, weil wir ansonsten ganz viele gemeinsame Serien miteinander teilen und Filme und eben aber niemals Star Wars. Als wir dann gemeinsam auf der Couch saßen, wir haben bei uns zu Hause geguckt, haben uns Pizza bestellt, dachte ich mir wirklich, das ist sowas Einmaliges jetzt neben mir, jemanden zu haben, der mit Star Wars nichts anfangen kann, sich darauf einlässt und mit mir sozusagen das allererste Mal in dieses Universum eintaucht. Ja, es hat sich durchaus gelohnt. Wir haben jetzt ein Mittwochs-Date. Wir treffen uns jeden Mittwoch, um weitere Folgen zu schauen. Und ich fand das total beeindruckend, einfach zu sehen, wie die Folge es geschafft hat, diesen eigentlich typischen Star Wars-Humor so darzustellen und uns Zuschauern so darzubieten, dass sogar die beiden, die mit dem Universum an sich nichts anfangen können, das super fanden. Und welche Ausstrahlung Tim Morrison auf die beiden hatte, die ihn nicht als Boba Fett kennen und nicht als Django Fett und mit dem Charakter an sich bisher nichts verbinden, ihn so gefeiert haben in seiner Rolle. Also es war wirklich ein besonderes Erlebnis und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das auf diese Art und Weise gucken konnte. Das ist ja total bemerkenswert. Das ist ja so eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, weil ich habe die erste Folge gesehen und habe hier eine Ehefrau zu Hause, die auch mit Star Wars gar nichts anfangen kann. Und wenn ich das Wort schon sage, dann sehe ich schon dieses Augenrollen oder ihren Versuch, das Augenrollen zu unterdrücken, runterzuschlucken, weil sie weiß, das ist mir was Wichtiges. Und nach diesem ersten Kapitel Book of Boba Fett habe ich gedacht, das brauchst du ihr nicht zeigen, das brauchst du gar nicht anfangen, dafür zu werben, dass wir das gucken. Und nach dem zweiten Kapitel jetzt, The Tribes of Tatooine, habe ich gedacht, boah, da sind so viele Anknüpfungspunkte drin, auch für Nicht-Fans, weil sie ist so ein bisschen Western-affin. Und Indianer und so. Und wir werden noch über die Anlehnungen, was das angeht, sprechen in dieser Folge. Und da habe ich gedacht, da kriege ich sie vielleicht, so wie ich sie damals auch mit Grogu gekriegt habe, irgendwie sich mit mir das wenigstens anzugucken. Und wenn du jetzt sagst, das hat funktioniert bei diesem Paar, das nichts weiß, dann gibt mir das eine neue Hoffnung. Sehr schön. Du warst also einer von diesen Meme-Kerlen, die versucht haben, mit Baby Yoda das trojanische Pferd mit Star Wars nach Troja zu bringen. Erfolgreich. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Ja, aber nicht so erfolgreich, dass ich mich jetzt trauen würde, zu sagen, komm, Frau, wir gucken jetzt jede Folge Book of Boba Fett zusammen. Im Gegenteil, ich habe das alleine geschaut und habe das auch mir so vorgenommen, dass ich das an diesem Mittwoch wieder alleine schaue. Ich hatte an diesem Mittwoch frei, ich wollte das zeremoniell bei mir im Wohnzimmer machen, auf der Couch, vor dem großen Fernseher. Aber das Wohnzimmer war vormittags noch belegt mit Homeoffice. Also dachte ich, ich warte jetzt, ja, so bis mittags um zwölf, bis das Wohnzimmer frei ist, habe dann die Zeit in meinem Arbeitszimmer, schrägstrich Spielzimmer, schrägstrich Podcastzimmer verbracht und wollte noch so ein bisschen an einer Folge Star Wars schneiden, die ich hier noch so rumliegen habe und saß da so an meinem Computer und da lag auf dem Desktop das Disney Plus Logo. Und es hat gerufen, klick mich, Kevin, zusammen können wir Boba Fett schauen und dann über die Galaxis herrschen. Und ich so, ach komm ey, guckst du dir mal die erste Szene an, nur die erste Szene. Ich schaue so den Rückblick, die erste Szene, noch eine Szene und ich konnte nicht aufhören. Ich habe vor meinem Computer gesessen und diese ganzen 52 Minuten durchgeschaut und es war wunderbar. Ich bin sehr froh, dass du mir das erzählst, denn tatsächlich war ich krankgeschrieben und ich hatte den ganzen Tag Zeit, mir diese Folge alleine anzuschauen. Und ich kenne dieses Gefühl, wenn dich das Disney Logo anlächelt und sagt, guck mich. Ich war stark. Ich habe es tatsächlich erst am Abend geguckt und du bestätigst es mir jetzt, es wäre mir nicht anders ergangen als dir, wenn ich nur die erste Szene angefangen hätte. My feeble skills are no match for your power of the dark side. Also, was machen wir in dieser Folge? Wir sprechen gleich mal über unseren Gesamteindruck und dann gehen wir die Folge so ein bisschen durch. Also wir analysieren unter gewissen Gesichtspunkten die großen Themen, die da angesprochen werden, aber auch so die Action, der Humor, die Machart. Auch so, was wir kritikwürdig finden und wozu wir Fragen haben. Dascha, was ist denn so dein Gesamteindruck? Was sind so deine Gedanken zum großen Ganzen, was diese Folge angeht? Ich war super gespannt auf die zweite Folge, tatsächlich noch mehr als auf die erste, denn für mich macht meistens die zweite Folge eine Serie oder der zweite Filmteil einer Filmreihe aus, ob ich das Gesamtkonzept gelungen finde oder nicht. Also klar, die weiteren Folgen spielen da auch eine gewisse Rolle, aber in der ersten Folge wird normalerweise das Fundament gelegt und das war hier ja durchaus sehr solide. Von daher war ich sehr, sehr, sehr gespannt und hatte sehr hohe Erwartungen und habe mich gefragt, kann die zweite Folge mithalten und diese Erwartungen erfüllen? Ja, natürlich. Weil Star Wars Jünglinge die Folge auch so gut fanden. Und ich meine, es gab so viele Momente, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gegeben hat, in denen wir als Gruppe aufgesprungen sind oder so gut wir aufgesprungen sind oder laut gejubelt haben, mitgefiebert haben. Es waren 50 Minuten purer Freude. Das wundert mich gar nicht, weil das ist ein ganz starkes Stück Star Wars, dieses zweite Kapitel, weil es aus meiner Sicht viele Dinge tut, die zum inneren Nukleus von Star Wars gehören, die Star Wars schon immer groß und erfolgreich gemacht haben. Dabei spielt eine ganz große Rolle der Spaß. Star Wars soll ja immer auch dieses spaßige Weltraumabenteuer sein. Und diese Folge hat mir persönlich richtig Spaß gemacht. Also ich musste mehrere Male laut lachen und das passiert nicht oft, wenn ich vor einem Bildschirm sitze, dass ich laut auslache. Und das Gute dabei ist, dass bei diesem ganzen Spaß die Ernsthaftigkeit nicht verloren gegangen ist. Die Tiefe oder die Mythologie haben da auch nicht drunter gelitten. Diese Folge hat es in meinen Augen sehr gut verstanden, Ernsthaftigkeit, Action und Humor zu verheiraten. Und dabei habe ich den Spaß dann auch nicht als Selbstzweck empfunden, sondern der hatte wichtige Funktionen. Zum Beispiel, dass wir mit bestimmten Figuren sympathisieren können. Ich habe das Gefühl, dass alle Menschen auf der Welt danach geschrieben haben, wir lieben die Tusken. Und da spielt dieser glänzende Humor in diesem Kapitel eine ganz große Rolle bei. Wenn hier ein Witz auf Kosten der Tusken geht oder auch ein Witz auf Kosten von Boba Fett, dann bereitet das den Weg dafür, dass wir im weiteren Verlauf der Geschichte mit denen mitfiebern können. Dass wir mit ihnen sympathisieren können und dass wir am Ende auch zufrieden sein können und vielleicht jubelnd aufspringen können, wenn sie gewinnen, wenn sie diesen Zug stoppen. Und was mir dabei wirklich auch gut gefallen hat an dieser Folge insgesamt, die Struktur. Also ein knappes Drittel der Folge verbringen wir ja in der Gegenwart. Boba Fett in Mos Espa, in der Jetzt-Zeit, neun Jahre nach der Schlacht von Javin. Der neue Boba Fett, der erklärt, ich will regieren und zwar mit Respekt. Er hat diese schwarze Kutte an, diese schwarze Untergewand. Er trifft diesen Bürgermeister. Keiner erkennt seinen Herrschaftsanspruch an. Und dann kommen auch noch die Hutten. Das zweite Drittel spielt ja dann ausschließlich in der Vergangenheit und erzählt die Geschichte weiter, wie Boba zu diesem Boba geworden ist, den wir in der Gegenwart haben. Und da lässt sich die Erzählung wieder Zeit, so wie das erste Kapitel sich Zeit gelassen hat. Und am Ende ist dieser neue Boba ein großes Stück komplexer geworden und hat Tiefe gewonnen. Eben weil sich die Geschichte so viel Zeit lässt, sehe ich diesen Boba in der Gegenwart und kann dann total gut nachvollziehen, warum er diese schwarze Untergewandung trägt, warum Respekt für ihn so ein Gewicht hat. Und gleichzeitig sind diese beiden Erzählstränge, diese Gegenwartsgeschichte und die Vergangenheitsgeschichte, die wirken auf mich so fein aufeinander abgestimmt. Es macht so viel Sinn, dass sie in dieser Konstellation und auch in dieser Reihenfolge gezeigt werden. In der Gegenwart ist da ein Boba in einer noch relativ schwachen Position. Also der realisiert, dass er es jetzt mit einem kriminellen Kartell zu tun bekommt, das richtig mächtig ist, ja, dieses Huttenkartell. Und in der Vergangenheit erleben wir dann mit, wie Boba schon einmal aus einer relativ schwachen Position so ein kriminelles Kartell bezwungen hat, nämlich die Pikes. Und vielleicht ist das jetzt ein Mindset, wenn ich die Pikes so besiegt habe, wie ich das damals mit den Tusken gemacht habe, dann kann ich vielleicht die Hutten auch so besiegen. Und es macht absolut Sinn, dass wir hier die Pikes als Gegenspieler haben. Das ist nicht nur dieser sogenannte Fanservice, sondern es macht für die Story absolut Sinn, dass es die Pikes sind. Es macht für die Konsistenz dieser Galaxie so viel Sinn. Es sind die Pikes, die das Spice aus den Spicemen von Kessel holen und vertreiben. Han Solo hat für Jabba Spice von den Pikes geschmuggelt auf Tatooine. Und die Spikes operieren hier auf Tatooine. Ich kann mir keine bessere Wahl vorstellen für ein gegnerisches Kartell in der Vergangenheit, als hier diese Pikes zu benutzen. Und das steht für mich stellvertretend für diese ganze Folge. Jeder Griff in diese Kanon-Kiste macht Spaß und ist aus meiner Sicht absolut sinnvoll und konsistent und zufriedenstellend. Und ein weiterer Eindruck noch, Star Wars ist auch wieder so ein total wilder Mix, in den wirklich alles reingemischt werden kann, was geht. Also diese Folge hatte Elemente von Leben unter vermeintlich Wilden. Speziell aus diesem Kontext, weißer Mann lebt unter Indianern. Dazu Elemente aus so Train-Heist-Geschichten, also Geschichten über Raub, Überfälle auf Züge und, und, und. Aber am Ende landen wir doch immer wieder bei einer Geschichte, die eine hoffnungsvolle Botschaft hat und die motiviert, gut zu sein und Stärke zu gewinnen aus den Beziehungen, die wir uns zu anderen Wesen aufbauen. Und nicht nur das, also es geht hier nicht darum, irgendein Kollektiv zu erzählen, wo sich der Einzelne unterordnet. Nein, die Botschaft bei Star Wars lautet auch immer, du musst selbst stark werden. Deine individuelle Stärke musst du ausbauen, dann kannst du mit der Gruppe zusammen mehr erreichen, wenn die Individuen in dieser Gruppe stark sind. Deine individuellen Entscheidungen wirken sich dabei auch auf die Galaxis aus. Also es macht einen großen Unterschied, was du tust. Das spielt eine Rolle für andere Wesen in der Galaxis. Und was Boba hier tut in dieser Folge, hat ein Echo. Nicht nur auf sich selbst, sondern auf die Tusken, auf die Siedler in Mos Espa und in der Tuschi-Station, auf die kriminelle Unterwelt, das ist überall zu spüren. Und außerdem, Obi-Wan hatte Unrecht. Diese Einschüsse am Sandcrawler hätten auch Tusken sein können, denn nicht nur imperiale Sturmtruppen schießen, präzise, sondern auch Tusken-Scharfschützen. Die können sogar Pikes abschießen, die hinter kleinen Fenstern in einem rasend schnellen Zug in Deckung gehen. Also ganz zentrale Erkenntnis. Unterm Strich dann nochmal, also alles ganz toll. Ich habe aber auch das Gefühl, dass noch ein paar Fragen offen sind und dass die auch offen bleiben sollten. Und ich persönlich will auch offen bleiben für das, was uns dann noch erzählt wird. Auch bei der Machart erschließt sich mir da noch nicht alles, unter anderem bei der Musik. Und da muss ich vielleicht einfach noch geduldig sein und gucken, wie sich die Serie da noch so weiter entfaltet. Das ist so mein großer Gesamteindruck, so mein großes Gesamtbild. Ich habe sehr darauf gehofft, dass du das Auftauchen des Pike-Syndikats erwähnst und bewertest, weil tatsächlich mein Kenntnisstand von dem Star-Wars-Kanon nicht so groß und umfangreich ist wie deins. Und wenn du als erfahrener Star-Wars-Fan für dich das als einen geschlossenen Prozess ansiehst, dass die Pikes genau an der Stelle auftauchen, wo sie auftauchen und das nirgends dem Kanon widerspricht, kann das meinem in dem Moment sehr subjektiven Empfinden nur mehr Freude bereiten. Für mich war das in dem Sinne nicht so kritisch, sozusagen diese Frage, ergibt es Sinn, dass sie dort auftauchen oder nicht? Ich habe mir nur gedacht, ja gut, kenne ich aus dem und dem Bereich. Und es ist umso schöner und es beweist diese Liebe zum Detail in dieser Folge, dass auch hier einfach nur es in sich ein geschlossener Kanon ist. Das finde ich einen wichtigen Gedanken. Auf der einen Seite, ja, es ist natürlich befriedigend für die Leute, die den Kanon kennen. Aber viel befriedigender finde ich das gleichzeitig. Du sagst, ja, ich weiß, dass es die gibt und ich habe das eine oder andere von denen schon gesehen. Aber wichtiger ist jetzt, so wie die da gezeigt wurden, das machte für mich Sinn, weil das wird den meisten so gehen. Also ich meine, wer hat The Clone Wars geguckt und wer hat Solo noch voll im Kopf oder andere Geschichten, wo die Pikes auftauchen, auch in den Comics und so. Ich meine, das ist ja eine Gruppe von Fans, die bestimmt überschaubar ist, die das alles kennen. Star Wars ist ja für alle da. Schön. Hast du denn in dieser Folge einen Lieblingsmoment für dich identifizieren können? Ach, ich fand das unfassbar schwierig. Die Folge hat es so, so viel zu bieten. Ich dachte mir, aber ich kann jetzt nicht irgendwie mit zehn Lieblingsmomenten auftauchen und ich kann auch nicht gefühlt jede Szene jetzt benennen. Deswegen habe ich mich tatsächlich auf eine festgelegt als eine große Szene und habe mir dann aber noch ein paar Kleinigkeiten sozusagen überlegt, die ich trotzdem noch erwähnenswert finde als kleine weitere Lieblingsmomente. Wir sind doch relativ am Anfang der Folge und ich muss aber ans Ende der Serienfolge spulen. Und zwar habe ich mich für die Szene entschieden, in der Boba in den Stamm der Tasken aufgenommen wird. Und damit meine ich weniger die Szene, in der er nach diesem Baum sucht, nachdem er sich die Echse durch die Nase gezogen hat. Für mich beginnt die Lieblingsszene ab dem Moment, ab dem das Kind bei Tageslicht sieht, dass Boba zu dem Stamm zurückkehrt und er dann von der Kämpferfrau des Stamms zu dem hiesigen Schmied gebracht wird. Mir fehlt da jetzt ein besserer Begriff. Und bei diesem Schmied gibt er seinen in der Wüste gefundenen Ast hin. Und wir sehen, wie dieser Schmied eine Art Axt oder Mahite eine Mischung aus beiden nimmt und diesen Stock kürzt. Und ich dachte mir im ersten Moment, okay, wir sehen jetzt, wie der Gaffee-Stab für Boba vorbereitet wird. Und dann aber in der nächsten Sekunde kam es natürlich tausendmal besser. Er übernimmt selbst die Instrumente. Ihm wird gezeigt, wie er seinen Stock bastelt. Und das macht er dann auch ganz gewissenhaft mit der epischen Musik im Hintergrund. Und das macht er dann auch ganz gewissen. Ach, das war so auch rollenspielmäßig. Ich bin jetzt hier ein Held, habe einen Gegenstand gefunden, bin an meiner Crafting-Station und baue mir jetzt meine wunderbare Waffe. Und wir konnten Boba dabei zusehen. Das war eine der Szenen, bei der wir tatsächlich laut gejubelt haben. Und das machen Menschen, die zum zweiten Mal in ihrem Leben Boba fett sehen. Also es war ein großartiger Moment einfach. Und daran anschließende Szenen der Moment, in dem Boba in dem Zelt angekleidet wird. Also wir sehen ihn hier, wie er mitten in dem Tusken-Zelt steht und von zwei Tusken-Wesen angekleidet wird. Sie ziehen ihm eine dunkle Stoffrobe an. Wir sehen den gleichen Stoff, aus dem auch ihre eigenen Kleidungen gemacht werden. Sie ummanteln seine Arme. Und ich habe hier für einen kleinen Moment gedacht, oh, sehen wir jetzt, wie er eine Maske kriegt? Und sehen wir jetzt quasi den Beweis dafür, dass Tusken doch eine menschenden Spezies sind? Nein, haben wir nicht. Aber es war nicht weniger schlecht. Er wurde angekleidet und stand genauso da, wie das Erscheinungsbild, was wir aus The Mandalorian bereits kennen. Ich dachte mir in dem Moment, oh mein Gott, ich komme jetzt wieder zurück auf die zwei neben mir. Die werden das ganz anders erleben, wenn sie The Mandalorian zum ersten Mal gucken werden. Für sie ist das hier die erste Szene, in der sie Boba in diesem Aufzug sehen. Und sie werden dann, wenn sie The Mandalorian gucken, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass sie alles andere auch gucken werden, so laut wiederum jubeln, wenn sie sehen, wie er in dieser Kleidung dort auftaucht. Also es war super, super schön, super magisch. Ein weiterer Plus dieser Szene war eben auch, die Parallele zu der Ankleideszene im Kapitel 1 gezogen wurde. Darüber habt ihr ja bereits schon in der letzten Folge ausführlich gesprochen. Ich finde, durch diese Szene wird hier noch eine zweite Bedeutung hinzugefügt oder eine dritte oder eine vierte. Ich habe mich gefragt, ob sich Boba eben von den Druiden auch ankleiden lässt, weil es ihn an diesen Moment im Tuskenzelt erinnert. Absolut. Und er das immer wieder gerne erlebt. Und es war so ein Wow. Wie schön ist das bitte gemacht. Und feierlich abgeschlossen wurde die Szene dann am Feuer mit dem zeremoniellen Tanz. Die Geräusche der Tusken werden so schön in den Rhythmus mit eingepflegt. Und wir sehen hier zum ersten Mal, dass der Häuptling des Stamms nicht nur irgendwo steht, guckt oder trinkt, sondern auch mitmacht, mittanzt in diesem Ritual. Es war einfach nur ein wunderschöner Abschluss. Und ich glaube, wäre es nicht im Star-Wars-Universum, könnte es vielleicht sogar kitschig werden. Aber durch das richtige Setting war das einfach wunderschön. Finde ich genauso. In anderen Kontexten hätte ich das auch als kitschig empfunden. Da habe ich es gefeiert. Ich habe das mal wieder als Audio gezogen, auch dieses Kapitel und habe mir das mehrmals angehört, schon bei allen möglichen Gelegenheiten. Und das reißt mich immer wieder mit. Ich habe immer wieder auf noch mal zwei Minuten zurückspulen und noch mal anhören gedrückt, um das alles noch mal zu hören. Von der Schmiedesituation bis hin zu diesem Tanz. Was ist das auch für eine tolle Verwebung in dieses Mando-Universe, dass unser Mandalorian zu einer Schmiedin geht und dass jetzt hier Boba Fett auch zu einem Schmied geht. Also in beiden Kulturen hat das Schmieden von Waffen hier so eine große Bedeutung. Da ist dieses Echo auch des Satzes, den Jaren sagt, dieses Weapons are part of my religion. Das taucht hier auch bei den Tusken irgendwie auf und wird für Boba, der eigentlich auch ein mandalorianisches Erbe hat, hier hintenrum noch mal Teil seiner Kultur auf eine ganz andere Art und Weise. Und für die Geschichte selbst ist das so ein schöner Abschluss wie diese Tusken und der Boba am Anfang noch als Antagonisten gezeigt werden und der Boba völlig entblößt und auf dem Tiefpunkt erhebt sich zusammen mit denen und sie heben sich gegenseitig immer weiter hoch, bis sie schließlich synchron tanzen. Und das ist so wunderschön. Ein toller Abschluss. Ja, ganz tolle Lieblingsszene. Ich bin froh, dass du die genommen hast. Dann fällt die Last von mir. Ja, ich habe mich nämlich schlecht gefühlt, dass ich sie nicht genommen habe und eine andere genommen habe. Sehr gut. Ich habe nämlich sehr gehofft, dass du eine andere nimmst und jetzt sehen wir, ob ich mit meinen Vorüberlegungen recht hatte. Ich habe mich entschieden, obwohl ich wirklich ganz viele Momente in dieser Folge lieb habe, habe ich mich entschieden für die Ankunft der Zwillinge. Wir sind da ja in der Sanctuary von Madame Garza. Im Hintergrund spielt noch diese relativ muntere Musik und dann unterhalten sich Boba und Madame Garza über die Twins. Da taucht das Wort zum ersten Mal auf und plötzlich hört man im Hintergrund die Trommeln. Die Twins sind mit dem Abortrag von Hatha zu beurteilen, um mit irgendwelchen Ambitionen auf Tatooine zu beurteilen. Und alle halten inne. Die Band fährt auf zu spielen. Alle hören auf mit dem, was sie gerade tun. Es ist eine wunderbare Spannung von Stille, die nur durch diese Trommeln gebrochen wird. Und wir wissen ja aus anderen Kontexten, dass Trommeln immer irgendwas Wichtiges ankündigen. Aber hier wissen wir noch nicht was. Ja, genau wie in Der Herr der Ringe in den Minen von Moria. Und hier in dieser Szene ist die Spannung genauso. Und die Auflösung fand ich für mich ganz großartig. Ich habe wirklich mit aufgerissenem Mund da gesessen, als die Hutten da um die Ecke kommen, die Straße entlang getragen werden. Das ist wieder so toll gefilmt. Aus der Perspektive der Tür dieses Etablissements von Madame Garza sieht man im Vordergrund unscharf die Straße. Und der Fokus dieser Bildeinstellung ist weit weg hinten auf die Gasse, aus der diese Entourage da rauskommt. Und dann diese übergroßen Schnecken auf einer Sänfte. Die ganze Zeit wird gesprochen über Sänften. Und Boba wird die ganze Zeit aufgezogen mit Ja, wo ist denn dein Litter? Und hier sehen wir jetzt das, was Fennek auch erzählt hatte. Ja, die Leute hier in Mos Espa sind es gewohnt, dass die Hutts durch die Straßen ja, wie durch eine Parade getragen wurden. Und diese Sänfte biegt sich da. Die Träger ächzen unter der Last. Und dann dieser wunderbare Dialog, über den wir noch reden müssen. Und die Themen, die da schon gesetzt werden für diese Folge, aber auch die lustigen Momente dieser Folge, da ist so viel drin. Und zur Ankunft dieser beiden Zwillinge gehört für mich auch ein anderes wichtiges Momentum. Das ist der Auftritt dieses schwarzen Wookies. Oh ja. Wie ging's dir mit dem? Das war ein ganz besonderer Moment, denn ich hab ja schon erwähnt, ich war an dem Tag, den ganzen Tag zu Hause und da hab ich mir ein paar Comics zu Herzen genommen, zu denen ich noch nicht gekommen bin. Unter anderem befand sich darunter auch ein Darth Vader Comic und das ist der, in dem, und jetzt ist das Problem da, ich hab nämlich den Namen von dem Wookie bisher nur gelesen. Ich habe keine Ahnung, wie man den richtig aussprechen würde. Kannst du mir da helfen, Kevin? Das ist Black Crescenton. Crescenton, Okay. Ich glaube, ich wäre auf was anderes gekommen, gut, dass du es mir verraten kannst. Naja, das ist das Problem, der tauchte halt in diversen Comics auf, etabliert in der Darth Vader-Reihe, wahrscheinlich die du in der Hand hattest, 2015, die von Tyrion Gillen. Genau. Und man kannte bisher nur das, ja, dieses Black Crescenton. Ich denke mal, dass man dieses Kr erstmal für sich aussprechen muss und dann erst auf das erste A kommt und nicht Also dieses K würde ich schon explizit mit aussprechen erstmal. Crescenton, ja. Mich hat eher das N zwischen dem S und dem T verwirrt, aber ich verzichte einfach nur da drauf. Es gibt Sprachen, die übersehen gewisse Buchstaben, das können wir jetzt einfach nur hier auch machen. Du könntest es machen wie Dr. Aphra und ihn einfach Santee nennen. Oh, das finde ich großartig, lass uns das bitte machen. Do it. So weit ist die Weihnachtszeit nicht entfernt. Ja, und tatsächlich er tauchte in diesem Comic auf und ich dachte mir schon im Comic so, oh mein Gott sieht der cool aus und wer ist das und ich will mehr von ihm sehen und krass, krass, krass. Also die Wege der Macht, dass ich ausgerechnet an dem Tag das gesehen habe und er zum ersten Mal in Live-Action auftaucht. Das war der Hammer, also ich jubelte quasi für mich leise mit und es war eine der Szenen, bei der aber tatsächlich die gesamte Couch gejubelt hat, weil den alle einfach nur unfassbar cool fanden. Der Auftritt war wirklich, wirklich, wirklich episch. Ein anderes Wort habe ich dafür nicht. Nochmal für alle zum Mitnehmen, also diesen Black Crescenton, das ist jetzt noch nicht offiziell bestätigt, dass der das ist, weil das sieht man in keinem Untertitel, soweit ich weiß, gibt es auch keinen Eintrag davon auf Star Wars kommen bisher zu The Book of Boba Fett und so, zumindest habe ich es nicht gesehen, aber so wie der designt ist, das ist eindeutig, Black Crescenton, jemand, den man kennt aus den Marvel-Comic-Reihen, die seit 2015 erschienen sind, vor allem aus der Vader-Reihe von Kieran Gillen, der Haupt-Star-Wars-Reihe, die heißt auch Star Wars 2015 und die Dr. Afra-Reihe, Dr. Afra ist eine Archäologin im Star Wars-Universum, die ziemlich abgedrehte Dinge tut und dieser Black Crescenton taucht zum ersten Mal auf in der Vader-Comic-Reihe neben Boba Fett. Das erste Mal, dass man den sieht, da steht er in einem Panel neben Boba Fett und kriegt von Darth Vader den Auftrag Finde Luke Skywalker. Und der sieht genauso aus wie dieser Wookie hier in The Book of Boba Fett, der hat schwarzes Fell, die Zöpfe hinten sind zusammengebunden und vor allen Dingen dieser Kreuzgurt, den er am Oberkörper hat mit diesem Schulterpanzer, der diese Spikes oben drauf hat. Und im Laufe der Geschichten dieser Comics ist Black Crescenton immer wieder ein mächtiger, potenziell brutaler Wookie. Also in diesem Comic Vader Down zum Beispiel gibt es ein krasses Duell zwischen Black Crescenton und Chewbacca. Und in der Haupt-Star Wars-Reihe gibt es ein krasses Duell zwischen Obi-Wan Kenobi und Black Crescenton. Da greift Black Crescenton Owen Lars an und Obi-Wan Kenobi geht dazwischen und da ist er so brutal. Es gibt auch gerade im Kontext mit diesen Dr. Afra-Geschichten Momente, wo der Black Crescenton so ein bisschen wuckiger rüberkommt, so ein bisschen herzlicher. Aber so unterm Strich würde ich sagen, das ist ein Wookie, der würde nicht zum Live-Day nach Hause fliegen. Dann habe ich ja noch einiges, worauf ich mich freuen kann. Ich muss allerdings ganz kurz Nerd-Krümmel kackern. Du hast es Pech, dass ich gerade das Comic wirklich in der Hand hatte. Er soll als erstes nicht Luke Skywalker finden, sondern erst mal den Agenten vom Imperator. Der Auftrag, Luke zu finden, folgt. Gehe ich jetzt mal davon aus später. Oder sie kriegen zwei verschiedene Aufträge. Boba kriegt Luke. Genau, es gibt zwei Aufträge. Gut, dass du das klarstellst. Danke schön. Das hatte ich jetzt aus dem Kopf nochmal so erzählt. Aber das ist tatsächlich trotzdem das erste Bild. Boba Fett und Black Crescenton in einem Bild. Sehr schön. Also das Tolle an diesem Moment ist, wer die Comics kennt, der freut sich, dass Black Crescenton jetzt hier Live-Action zu sehen ist. Und wer die Comics nicht kennt, der kann sich auch freuen, weil für die meisten Leute ist klar, das ist mal ein Wookiee, der ist anders als Chewbacca und der wird Boba ordentlich Probleme machen. Das ist nicht nur sogenannter Fanservice, so für die Comic-Leser, sondern es macht jetzt hier für die Story und für die Konsistenz des Universums absolut Sinn, dass dieser schwarze Wookiee da ist und dieses Kapitel von The Book of Boba Fett ist voll von diesen Momenten und da, finde ich, ist Black Crescenton auch wieder ein Symbol dafür, ein Stellvertreter dafür. Weg von unseren Lieblingsmomenten, was ist denn für dich darüber hinaus das, was diese Folge an großen Themen setzt? Worauf kaust du länger rum, so nachdem die Folge vorbei ist? Willst du damit anfangen? Ja, sehr gerne. Da gibt es tatsächlich einiges. Ich glaube, ich würde mit dem größten Thema beginnen und zwar die Darstellung von Boba als The Good Guy, die wir in dieser Folge die ganze Zeit sehen. Ich habe das hier auf zwei Ebenen erlebt. Er wurde zum einen im Bereich des Storytellings ganz explizit als der Gute dargestellt. Ich denke hier an die Geschichte, dass er eben nicht zugucken möchte, wie die Tusken von dem Zug. Er weiß damals noch nicht, dass es sich um das Syndikat handelt, aber dass sie eben unterdrückt, abgeschlachtet, getötet werden. Er will was dagegen unternehmen. Er rettet einen Tusken, der beim Ändern des Zuges runtergeworfen wird. Er schreit, pass auf, als ein Tusken vom Zug runterfällt oder kurz davor ist, sozusagen zu verbrennen. Das alles zeigt ihn uns im Bereich des Storytellings als den Guten, aber es sind auch ganz, ganz viele kleine Momenten, in denen das versteckt ist. Er schaut so gut wie jedem einzelnen Tusken hinterher, der vom Zug fällt. Also man sieht, es ist ihm nicht egal, wenn da ein oder zwei runterfallen. Wir sehen ihn, wie er einen Tusken, der erschossen wurde, zum Scheiterhaufen trägt. Die Szene, die wahrscheinlich die meisten von uns an Episode 2 erinnert hat, als Anakin seine Mutter zum Scheiterhaufen trägt. Das war irgendwie sehr, sehr ähnlich. Er beschützt das für manche bekannte Paar in der Tuschi-Station. Da hätte er auch warten können. bis die das geklärt hätten. Dann hätte er weniger aufzuräumen. Er verschont die Pikes. Er gibt ihnen die schwarze Melone. Also es sind alles einfach nur Bereiche, die uns zeigen, dass er durch und durch gut ist. Ich war sehr überrascht davon, wie er die Nähe zulässt zu dem Kind. Als er nach seinem Trip eben aus der Wüste wieder zurückkommt, ist das Kind sehr, sehr nah an ihm. Es hat sehr, sehr viel körperlichen Kontakt zu Boba. Und er lässt das komplett zu. Und ich finde, es wird hier ein großer Kontrast aufgebaut, eben auch zum Imperium. Wir wissen aus The Mandalorian, dass Boba ein großes Problem mittlerweile mit dem Imperium hat. Und ich finde, hier wird das eben auch nochmal verdeutlicht. Diese Einstellung des Imperiums, alle sind verzichtbar, alle sind ersetzbar. Auf den Einzelnen kommt es nicht drauf an. Genau hier sehen wir das Gegenteil, was uns Boba darstellt. Und das fand ich einfach nur eine ganz, ganz große Kunst, wie das dargestellt wurde. Das ist eben nicht nur durch das gesamte Storytelling, durch die Geschichte passierte, sondern durch diese Kleinigkeiten, die überall mit aufgetaucht sind. Ja, ich kann da anknüpfen, weil es wird ja das alles erzählt, um Boba relatable zu machen. Also, dass wir sehen, das ist The Good Guy, genau. Und das spielt ja auch in dieses große Thema rein, was die Serie insgesamt hat und was diese Folge auch sehr stark ausspielt, ist dieses Respektverdienen und daraus Autorität schöpfen. Also all die guten Dinge, die er da tut, das hat zu tun mit, er verdient sich Respekt unter den Tusken und auch unter uns Zuschauern. Das ist auf den zwei Ebenen erzählt, einmal in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Also in der Vergangenheit sieht man, wie Boba und die Tusken sich da auch gegenseitig stark machen. Also es ist kein ungleiches Verhältnis. Der technische überlegene weiße Mann kommt dahin und zeigt den Wilden, wie das geht. Nee, diese Ureinwohner bringen Boba bei, wie man in der Wildnis überlebt und mit diesen schwarzen Melonen und den Monstern. Und die Kriegerin bringt ihm den Kampf bei, mit dem Gaffi-Stick. Auf der anderen Seite bringt er ihn dann bei, wie man diese Swoop-Bikes lenkt und zeigt ihnen, wie sie funktionieren und wie man damit den Zug stoppen kann. Und beide investieren jeweils sehr viel Zeit, sich gegenseitig zu helfen. Das ist so ein bisschen Ray, die BB-8, die Antenne repariert, ja. Und später kommt dann BB-8 und hilft Ray, indem er nicht von ihrer Seite weicht und sie dazu bewegt, jetzt nicht wegzurennen da auf Takodana, ja. Und Boba verdient sich bei diesem Kind auch durch sein Verhalten, das du genannt hast, immer mehr Respekt. Das Kind war ja sowieso schon Fan, nachdem Boba das Sandmonster besiegt hat und jetzt bindet Boba dieses Kind auch noch mehr ein, gibt ihm diese Aufgabe mit dem Spiegel, ohne es zu überfordern, so dass das Kind sich bedeutsam fühlen kann. Komm, komm. Wenn ein Train kommt, braucht es dich, zu helfen. Signal mit dem. Au, au! Und es zahlt es dann später zurück durch seinen Einsatz. Also es rennt ja sehr inbrünstig diesen Hügel hoch und hat noch mehr Respekt für Boba. Das Kind feiert ja Bobas Rückkehr am Schluss am meisten. Und nachdem sie dann diesen Zug gestoppt haben, regiert Boba schon gewissermaßen, ja, mit Respekt. Er sitzt da auf diesem Fass, wie er dann später auf einem Thron sitzt, ja, und über die Pikes hier richtet und als Belohnung für alles darf er dann im Zelt des Häuptlings sitzen und wird auf seine spirituelle Reise geschickt, über die wir noch sprechen müssen. Er wird gepflegt, er wird angekleidet, er kann sich seinen eigenen Gaffi-Stick schmieden. Das sind alles Zeichen von aufgenommen werden, in die Gemeinschaft und von der Gemeinschaft gestärkt werden. Zur Gemeinschaft gehört aber dann auch dieses Feiern, dass sie deswegen zusammen tanzen. Und die Gemeinschaft der Tusken zeigt ihnen nicht nur Respekt auf ihre Art, sondern sie zahlt ihm auch so ein bisschen seine gute Art zurück. Dieses Nicken, was wir dann auch von den Tusken sehen, sie nicken ihm zu, so wie Boba Fett in Episode 6 Bush zugenickt hat, ja. Das war Bobas Signatur-Move, um Respekt zu zollen. Und jetzt tun die Tusken das hier für Boba. Und dieses Angekleidetwerden mit der schwarzen Robe habe ich auch so gesehen wie du, als Vorlage dafür, wie Boba später seine Rüstung anlegen lässt. Also das sind Erfahrungen, die er mit den Tusken macht, weil er so umgeht mit den Tusken, wie er mit denen umgeht, um dann der neue Boba zu sein, der mit Respekt herrschen will. Und das funktioniert ja so in der Gegenwart noch nicht. Und da ist die Folge, dann auch interessant und spannend und lässt halt auch noch viele Fragen auf. In der Gegenwart hat Boba diesen Respekt bei vielen noch nicht. Dieser Klörg des Bürgermeisters, dieser Bürokrat, der kennt Boba nicht mal, ja. Dieser Major Domus kommt dann rein, gibt diesen Seitenhieb, dass Boba ohne Sänfte angekommen ist, ja. Das ist wieder total verachtend. Und dann übergießt er ihn wieder mit diesen pseudo-verehrenden Worten, dieses Wir sind geehrt und entzückt von eurem unverhofften Besuch. Im Englischen spricht er da von einem serendipitous visit. Ich kann das gar nicht aussprechen. We are both honored and delighted by your serendipitous visit. Ja, ich kenne ja viele Vokabeln, aber dieses serendipitous visit, das musste ich nachschlagen. Also ganz grob so eine altbackene Form für zufällig unerwartet, sowas. Und auch der Bürgermeister erklärt ja nur mit dieser leeren Floskel, dass er sich Bobas Willen unterordnet. So sein sonstiges Verhalten zeigt eher, dass er sich selbst total in Kontrolle sieht, ja. Wie er da mit Missachtungen handelt, wie er dann da auf seinem Thron sitzt und wie er Boba dann auch weiter wie ein Kopfgeldjäger behandelt und diese bestenfalls magere Belohnung austeilt und diese kryptischen Ratschläge erteilt. Das ist nichts, ja. Das ist eigentlich, Alex Damon von Star Wars Explained sprach da in seiner Review zu der Folge von passiver Gewalt. Das finde ich eigentlich einen ganz schönen Begriff dafür, was sie da machen. Und was ich auch ganz passend finde, ist halt dieser Vergleich zu dieser Welt der kriminellen Syndikate aus der Pate. Ja, dieses ey, ich bin doch gut, und in Wahrheit drohe ich dir gerade mit dem Tod, ja, mit meinen eigentlich sehr blumigen Worten. Ja, da ist Boba sehr weit entfernt davon selber Autorität zu sein mit einem Machtfundament. Der hat zwar seine Rüstung, der hat zwar diesen Palast, der hat Fennec, er hat die Gamorreaner, aber er hat zum Beispiel noch nicht dieses Netzwerk aus Informanten, ja, also Madame Garza sagt ja zu ihm, Hast du es noch nicht gehört? Und Boba und Fennec können sich da nur so fragend anschauen, weil sie noch in dieser nachteiligen Position sind. Sie sind eben noch nicht so etabliert, sie sind die Underdogs da. Alle wissen, dass diese Twins gleich kommen werden, nur Boba ist überrascht und wirkt irgendwie unvorbereitet in die Situation reingeworfen. Er ist noch nicht etabliert und es fühlt sich so ein bisschen an für mich so wie, du fängst einen neuen Job an, du denkst eigentlich, ich kann das ganz gut hier und ich werde in meinem Job einiges besser machen als mein Vorgänger, aber dann passiert irgendein Mist, ja, auf den du nicht eingestellt warst und die Leute um dich rum, die schon länger da in der Abteilung sind, verhalten sich genauso wie Madame Garza. Hast du es noch nicht gehört? Das ist so ein Stich. Da steht man so total dumm und entblößt da, so wie Boba in diesem Moment und das kann man mitfühlen. Da ist Star Wars wieder so, dass es Dinge erzählt, die man nachfühlen kann und die Krönung dieser Situation ist ja dann die Ankunft dieser Zwillinge. Die erkennen Bobas Claim überhaupt nicht an, bedrohen ihm sogar mit dem Tod und bezeichnen ihn dann auch abwertend wieder als Kopfgeldjäger. Das ist das letzte Wort, was die zu dem sagen, du Kopfgeldjäger und was mir daran so gut gefällt, es macht so Sinn für die Story, dass da jetzt jemand Großes kommt, diese Hutten, die diesen Anspruch Bobas herausfordern. Also jemand, der nicht nur der mutmaßlich möglicherweise leicht popelige Bürgermeister ist, sondern das ist das mächtige Huttenkartell. Die kontrollieren nicht nur irgendwie eine Stadt oder einen Planeten, sondern die kontrollieren einen nicht gerade kleinen Teil der Galaxis. Das ist eine ganze Region der Galaxis, ganze Planetensysteme. Und wenn du denkst, ein Jabba sei mächtig gewesen, hier sind gleich zwei Jabbas. Also Overlords der kriminellen Unterwelt, zwei Wesen, die auch für dieses alte System stehen, herrschen durch Furcht. Dieses System, das Boba überwinden will. Boba war Teil dieses Systems. Bei den Tuscans hat er dann ein neues System kennengelernt und kombiniert das irgendwie mit seinem Erbe, der Sohn von Jango Fett zu sein. Also der Mann, den Boba wirklich geliebt hat und über den Hondo Onaka gesagt hat, Jango Fett, dein Vater Boba, das war ein Ehrenmann. Also dein Vater hätte den Honorable Way gewählt, sagt er in einer Clone Wars Folge. Und insofern macht diese Ankunft der Zwillinge in diesem Moment auch so absolut Sinn, wenn man als Autor den Charakter Boba Fett herausfordern will. Und das macht Serien ja spannend und das macht Charakterentwicklung möglich, wenn du die herausforderst durch starke, schwierige Hürden. Und der wird hier konfrontiert mit der Verkörperung seiner alten Welt, mit diesen mächtigen Bossen und dann auch noch mit einem, der so ist wie er, nämlich dieser Wookie. Und Boba muss jetzt zeigen, dass er daran wächst und das überwinden kann. Und dieser Black Crescentin steht da wie so ein fieses Spiegelbild, wie so ein dunkles Spiegelbild, das sagt hier, das könntest du sein, Boba, ja, diese furchteinflößende Killermaschine. Und außerdem macht da total Sinn, dass da jetzt die Hutten kommen. Darauf haben wir uns ja alle gefreut vorher in unseren Besprechungen. Mit wem würde Boba es da zu tun haben? Wer würde am ehesten kommen, um das Machtvakuum auszufüllen, das Jabba hinterlassen hat? Natürlich seine Verwandten. Natürlich diese Hutten. Und man kann sich fragen, warum sind die nicht schon früher gekommen? Also warum haben die sich so lange Zeit gelassen und Bib Fortuna da auf dem Thron sitzen lassen und zugesehen haben, wie der immer dicker wurde? Aber gut, einerseits hätte es dann diese tolle Erzählung nicht gegeben, die wir jetzt haben. Ich finde das ganz fantastisch. Und man kann sich das auch irgendwie so aus dem Comic-Kanon zusammenreimen, ohne zu viel zu verraten über The War of the Bounty Hunters. Da wird im Grunde die ganze Hutten-Präsidentschaft dahin gemetzelt von Darth Vader. Und man kann davon ausgehen, dass Jabba der letzte mächtige, wirklich mächtige Hutte seiner Zeit war. Nach dem, was man da sieht in dieser War of the Bounty Hunters Episode. Und nachdem der weg ist, mussten die anderen erstmal aus ihrem Schlaf aufwachen. Und so wie die da erzählt werden, diese Twins, scheint es ja so zu sein, dass die vorher eher so den leiblichen Freuden gefrönt haben und sich um alles andere nicht so richtig geschert haben. Aber gut, das ist jetzt der Versuch irgendwie verantwortungsvoll zu spekulieren. Also das alles gehört für mich irgendwie so dazu, wie hat diese Folge erzählt, dass Boba sich Respekt verdienen will und warum er aus Respekt heraus Autorität schöpfen will. Sehr, sehr schön. Ich finde das großartig, dass du dich so stark auf die gegenwärtige Darstellung konzentrierst, denn ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir vor allem die Rückblende angeschaut und da taucht diese Frage natürlich auch auf. Wir sehen ja diese Parallele sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit und ich würde ganz kurz weiter ausholen, um aber genau auf diesen Punkt zurückzukommen, eben dieser Respekt, den er sich verdienen möchte und mit dem er herrschen möchte. Und ich möchte anfangen, indem ich mir ganz kurz die Beziehung zwischen dem Anführer der Tuskens und Boba anschaue. Ich finde es nämlich ganz, ganz spannend in dieser Folge dargestellt und eben auch nicht ganz klar dargestellt. Wir sehen in der Szene, nachdem der Zug das erste Mal auftaucht und die Tusken überfällt, wie Boba am Abend mit dem Häuptling sprechen möchte. Da stehen zwei Tusken davor, die lassen ihn kurz nicht durch, dann aber doch, er kann vorbei, er kommt zu dem Häuptling und zeigt ihm mit Gesten, dass er den Zug stoppen möchte. Daraufhin zeigt der Anführer eigentlich so gut wie gar keine Reaktion. Es gibt kein Kopfnicken, keine Geste, die es billigt, keine Antwort, kein Geräusch, einfach gar nichts. Dabei erleben wir die Tusken eigentlich ganz anders. Also die Gestik ist ja deren Sprache. Wir sehen ganz, ganz große Bewegungen. Wir sehen nicht deren Gesichtsausdrücke, aber wir sehen alles an deren Gestik. Das fehlt hier total. Und ich habe mich hier persönlich gefragt, inwiefern das ein Zeichen dafür ist, dass er das eigentlich gar nicht gut findet, was Boba davor hat. Und was bewegt ihn dann doch dazu, Boba gehen zu lassen? Für mich blieb das tatsächlich unklar. Und dann kommt die nächste Szene, in der man die beiden zusammen sieht. Das ist nämlich die Szene, nachdem der Zug bereits überfallen wurde. Beim Überfall hat der Häuptling nämlich überhaupt keine Rolle gespielt. Er kommt dann, wenn der Zug sozusagen schon ausgeräumt wird, um den Tribut zu sehen. Und da erleben wir Boba, das hast du bereits genannt, wie er da auf diesen Kisten eigentlich wie auf dem Thron sitzt und er wird auch so ein bisschen wie ein Herrscher behandelt von den Tasken. Er kriegt die schwarze Melone zum Trinken, während die Pikes seine Gefangenen nichts haben. Er führt die Verhandlungen alleine. Also da spielt der Häuptling eigentlich überhaupt keine Rolle. Und ich frage mich in dem Moment, ob das für den Anführer der Tasken, ich nenne ihn eben Häuptling, ich hoffe, du weißt, was ich damit meine, ob es für ihn nicht eigentlich gefährlich ist, wenn Boba sich so stark behauptet und diesen Einfluss gewinnt. Wir haben die Tasken eben als Räuber eigentlich gekannt. Wir erleben sie als ein Volk, das mit Respekt auf Stärke begegnet und wir wissen, dass sie auf die vermeintlich Schwachen nicht so menschlich reagieren. Die haben dort keine gute Karten. Wir haben das in Kapitel 1 gesehen, wir haben das bei Schmi Skywalker gesehen. Und ich habe mich hier gefragt, ob es sein kann, dass der Anführer selbst mittlerweile schon zu schwach ist oder zu alt und Boba sozusagen als die neuen Anführer aufbauen möchte. Ich kann mir sonst nicht erklären, wie er dazu kommt, Boba da so viel Macht zu geben in diesem Volk, bei dem man sich eigentlich nur durch Stärke behauptet. Und was lernt Boba aus dieser ganzen Situation? Also ist es tatsächlich so oder spekuliere ich dazu weit? Also er ist ja in einer Position der gewonnenen Stärke. Das ist ja visuell sehr stark gemacht, wie er da sitzt mit diesem Thron und der Tusken Chief kommt später, um zu sehen, was haben die da gemacht und waren die erfolgreich oder nicht. Genau. Da ist doch jetzt das Wichtige, dass Boba in diesem Moment nicht entscheidet, dass er diese Position der Stärke für seinen Selbstzweck einsetzt, also für seinen Personal Gain, also nur für sich. Er könnte ja mit den Pikes auch ausmachen, hier alle Tribut, den ihr ihn künftig zahlt, geht an mich, sondern nein, es geht um die Tusken. Also er beweist in dem Moment auch den Tusken, dass er aus dieser Position der Stärke heraus verantwortungsvoll umgeht und auch im Sinne der Gruppe. Also es stärkt ihn selbst gleichzeitig und die Gruppe auch. Von daher finde ich das gar kein so großes Spannungsfeld. Also ich sehe diesen Tusken Chief da gar nicht unbedingt in Frage gestellt, weil das ja auch alles für Boba jetzt so ein bisschen ist wie eine gefundene Familie. Leibliche Familie und gefundene Familie, das ist ja ein wichtiges Thema immer in Star Wars gewesen und die Tusken sind hier für Boba sicherlich eine Art von gefundener Familie. Sie haben geholfen, ihn aufzurichten, sie haben ihm auch Werte mitgegeben, auch konkrete Handlungsanweisungen über Leben und besser kämpfen und so. Sie haben sich gegenseitig stark gemacht und am Ende nehmen sie ihn auf als vollwertiges Mitglied und lassen ihm auch alle möglichen Privilegien zuteil werden. Und es ist ja dann stark von Boba, dass er diese Privilegien nicht überaus nutzt und dann gleich anfängt, diesen Tusken Chief in Frage zu stellen. Das wäre aber auch zu früh, nach meinem Gefühl, weil seine Reise bei diesem Tusken ist ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorbei und wir sehen ja dann auch hinterher erst, er wird ja dann in das Zelt eingelassen und kann bei dem Chief sitzen und so. Sein Aufstieg ist zu dem Zeitpunkt, als er da sitzt auf diesem Fass noch nicht vollendet und das wäre auch der falsche Zeitpunkt, um da den Ellbogen auszufahren und sich innerhalb der Tusken versuchen durchzusetzen. Also an sich, alles was du beschreibst, verstehe ich absolut. Ich bin noch nicht ganz sozusagen in dem Verhältnis zwischen dem Chief und Boba sicher. Also ich stimme dir absolut zu, dass Boba sich da auch logisch verhält und dass er die Tusken auch als eine Art Familie ansieht und die Familie möchte man nicht bescheisen. Und das ist klar, aber ich sehe da trotzdem noch die Frage der Macht, die für mich nicht geklärt ist beziehungsweise der Verteilung der Macht, weil ich mir sonst aus dem Wesen der Tusken das Verhalten des Chiefs nicht so ganz erklären kann, seine Passivität. Wenn wir an alles denken, was wir über sie wissen, was jetzt sehr begrenzt ist, aber das ist ja ein Urvolk, was auch nach sehr einfachen Regeln lebt. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass dort auch die Häuptlinge nicht eines ruhigen Todes im Schlaf irgendwie sterben, sondern auf andere Arten und Weisen. Das wissen wir noch nicht. Also wir lernen ja die Tusken tatsächlich jetzt erst so richtig kennen und lassen uns einfach offen sein, wie das noch weitererzählt wird. Es kann ja sein, dass das jetzt war. Also das war jetzt die Tusken Episode. Jetzt hat Boba seine schwarze Kutte und jetzt zieht er los und besorgt sich seine Rüstung und besorgt sich sein Schiff. Punkt. Und kommt vielleicht nie wieder zu den Tusken. Es kann aber auch sein, dass er irgendwann an den Punkt kommt auf Tatooine, wo er dann wieder zurückgreift auf diese gefundene Familie, sich halt Hilfe holt von denen, in welcher Weise auch immer. Und da ist es dann gar nicht mehr unbedingt so eine Frage von Macht, sondern da ist dann halt dieses gegenseitige Respekt, was sie sich verdient haben und erarbeitet haben und da wird sich dann geholfen. Ja, das würde sich halt reimen mit Star Wars. Also mit den Ewoks wird respektvoll umgegangen und dann kommen die Ewoks und helfen dir. Mit den Gungans wird respektvoll umgegangen und dann kommen die Gungans und helfen dir. Und es würde doch Sinn machen, dass die Tusken irgendwann auch nochmal die Kavallerie spielen. wenn es gegen die Hutten geht. Ach, das wäre schön. Von daher spielt das für mich in erster Linie rein in dieses Thema Familie und anders als das Wort Familie im Palast des Bürgermeisters dann auftaucht in der Gegenwart, ja. Und da habe ich eine Frage, wie hast du diesen Hinweis verstanden von Moksha Is, als der zu Boba Fett sagt, Here is the tribute I offer some advice. Running a family is more complicated than bounty hunting. Running a family is more complicated than bounty hunting. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die da sofort an die Mafia und die Strukturen der Mafia dachten und du hast es ja schon erwähnt, das könnte jetzt ein Mafia-Boss oder ein Familienoberhaupt sein, der eben darauf hinweist, dass die Familie und damit ist nicht die Familie gemeint in dem Sinne, wie wir über die Tusken oder die Evox gesprochen haben, eben anders zu führen ist, weil das eine andere Art von Familie ist. Und das ist eine dieser wenigen Anspielungen, die in dieser Episode einfach immer wieder vorkommen auf unterschiedliche Themen. Würde auch passen zu dem Hinweis, den Fennec Shand Boba gibt, als es darum geht, dass er eine Erlaubnis braucht, um die Zwillinge zu töten. Also es passt irgendwie alles in diesen Aufbau von Mafiosen Strukturen. Wie hast du das gesehen? Das verstehe ich. Also dass die Familie ist sozusagen ein anderes Wort für den kriminellen Clan, so wie bei der Pate. Ein beschönigendes Wort, vielleicht das so. Aber erklär mir das mal, weil das war nämlich tatsächlich auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Was soll dieser Hinweis mit, wir müssen erstmal Erlaubnis bekommen, dass wir die Hutten töten können? Hat das auch eine Wurzel in diesem Patenuniversum? Oder warum ist das für dich so klar? Also ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass die Struktur, die dort zwischen den Glanz aufgebaut ist, man eben nur mit der Erlaubnis von einer gewissen Gruppe, die Entscheidungsmacht hat oder Zustimmung von gewissen Oberhäuptern von Familien, Leute, Wesen eliminieren kann oder nicht. und das hat mich tatsächlich an Mafia erinnert in dem Sinne, dass das vorstellbar wäre, dass auch in dieser Welt, ich meine, ich stecke nicht drin, aber dass man schon miteinander auch bespricht, wer kann jetzt weg und wer auf gar keinen Fall, damit es dann nicht zu Vendetta und Blutvergießen und so weiter kommt. Ja, das ist das Absurde in diesen kriminellen Bandenstrukturen, in diesen Clan-Strukturen, die uns immer wieder gezeigt werden in verschiedenen Kontexten, irgendwie diese wirklich teilweise archaisch operierenden Banden, die sich gegenseitig töten, treffen sich dann irgendwie dann doch irgendwie auf Ebene der Bosse, kommen irgendwo zusammen auf neutralem Boden oder manchmal auch auf nicht neutralem Boden und besprechen und teilen auf und fordern sich gegenseitig heraus. Also in unserem Fall wären das jetzt, es gibt auf Null Hatter oder so eine Versammlung, da kommen die Twins, dann kommt der Anführer der Black Sun, dann kommt der Anführer der Pikes und dann kommt Boba Fett und Crimson Dawn, wenn es die da noch gibt und die kommen dann da alle hin und besprechen sozusagen, was gut ist aus deren Sicht für das Machtgefüge. Und vielleicht war dieser Satz von Fennec Shand so, wir müssen uns Erlaubnis holen. Ein Hinweis darauf, dass wir irgendwann nochmal so eine Versammlung sehen der kriminellen Clans, ja, so wie bei Der Pate oder wie bei Narcos, eine Serie über Drogenkartelle in Kolumbien und später Narcos Mexiko, halt auch in Mexiko. Da sieht man auch, wie die Bosse sich treffen. Ja, ich meine, es wäre doch total schön, wenn das wieder eine dieser Anspielungen ist, die wir hören in Star Wars und die erstmal relativ klein ist, das ist ein Nebensatz, okay, es war schon ein Hauptsatz, aber doch irgendwo in einem großen Handlungsstrang und dann wird das später aufgegriffen und gelöst. Und dann bekommen wir mit, was das für Strukturen sind und wie wird das entschieden. Also es war wieder etwas, was uns hingeworfen wurde mit der großen Hoffnung, dass wir später die Auflösung sehen werden. Das war für mich so ein bisschen das Thema Familie, wie das auch hier in dieser Serie reinspielt. Und ein anderes Thema, das für mich noch gesetzt wurde, ist dieses Nicht alles ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Dinge, die auf den ersten Blick wertlos scheinen, sind vielleicht gar nicht so wertlos. Symbolisch Bobas schwarze Kutte. Wir haben den in The Mandalorian zum ersten Mal in dieser schwarzen Gewandung gesehen. Deine Freunde nicht. Die sehen das dann. Aber uns hat das damals nicht so viel bedeutet. Der hat diese schwarze Kutte an. Wir konnten uns vielleicht fragen, woher hat der die? Wir konnten uns vielleicht denken, dass er die irgendwie bei den Tasken erworben hat. Aber es ist so Lumpenkram, der hat schon keine große Bedeutung so. Aber durch diese Episode hier kriegen wir vermittelt, welcher individuelle Wert hinter dieser Gewandung steckt. Das ist vielleicht auch vergleichbar damit, dass du jemanden siehst, der fährt ein olles Auto mit Rost und da fällt schon hinten die Stoßstange ab und so und du denkst, das ist wertlos. Eine Tankfüllung verdoppelt den Wert dieses Wagens. Aber der Mensch, dem das gehört, dem liegt dieser Wagen am Herzen, weil er damit vielleicht Touren gemacht hat quer durch Europa und weil er von dem Wagen vielleicht sagen kann, dieser alte Opel Omega, der hatte nie eine Panne. Deswegen, das sieht man nicht und genauso haben wir erst nicht gesehen diesen individuellen Wert dieser schwarzen Kutte und wir können wahrscheinlich jetzt auch Episode 4 nie wieder so sehen wie früher, weil wir jetzt diese Gaffi-Lanzen sehen und jetzt wissen, wie die gemacht wurden, wie aufwendig die gemacht wurden. Das finde ich ganz toll. Also ich kenne das ja auch aus meinem Alltag, wie das ist, Dinge, die auf den ersten Blick wertlos scheinen, die für andere keinen Wert zu haben scheinen. Ich habe hier in meinem Zimmer ein Stück Schuhsohle liegen, so eine halbe Schuhsohle, die hat keinen Wert. Du meinst kein Steak damit, oder? Nein, es ist wirklich eine Schuhsohle. Gar nicht mal ein hochwertiger Schuh, sondern so Kunststoff und so. Und ich kann das Ding einfach nicht wegschmeißen, weil diese Schuhsohle hat mein Vater verloren, als ich mal hier so ein krasses Bauprojekt hatte bei uns am Haus. Wir haben da den Vorgarten umgebaut und da hatte ich so fette Randsteine aus Natursteinen, hat einen so ein Teil 100 Kilo gewogen und die haben wir halt einbetoniert und das war so eine krasse Vater-Sohn-Aktion. Mein Vater ist die paar hundert Kilometer hier runtergefahren und hat sich hier mit mir die Zeit vertrieben und den Rücken kaputt gemacht und so. Und wir haben diese Dinger da einbetoniert und zum Schluss sind seine Schuhe kaputt gegangen und er hat die Schuhsohle verloren und weggeschmissen. Und dann war die da in dieser Mülltonne und ich habe die wieder rausgeholt, weil ich das nicht ertragen konnte, dass dieses wertvolle Ding von diesem tollen Moment, ja dieses, was uns so verbunden hat und was auch so aufwendig war, was auch Schmerzen bereitet hat, es war so heiß in unserem Vorgarten auf Tatooine. Und da dachtest du, was die Jawas können, das kannst du auch. Oh, Tini! Genau, ich habe den Yama gemacht in der Mülltonne so und jetzt liegt die Schuhsohle hier, so wie Boba Fett jetzt unter seiner mandalorianischen Rüstung trägt er jetzt diese schwarze Kutte. Das finde ich toll. Und das schafft Star Wars, dass ich genau fühle, was los ist. So ein anderer Moment, wo ich das gefühlt habe in dieser Folge, war die Ankunft dieses Zuges. Das war so krass, wie der Boba und die Tusken da im Sand sind und dann taucht dieses kleine Mini-Sandmonster auf und der eine Tusken schießt es ab und alle freuen sich und die Kinder rennen da hin und alle sind froh und dann plötzlich dieses Grummeln. Wo man erst nicht weiß, was ist das jetzt? Ist das ein Monster? So kommt da der nächste Great Dragon oder kommt da ein Rudel Rancors oder was kommt da? Und dann ist es dieser Zug und der fährt da durch. Innerhalb von Sekunden ist der da durchgeflitzt, hat ein paar Lasersalven abgegeben. Und sechs Leute oder was und ein Banter sind tot. Das war so nachfühlbar. Die Sinnlosigkeit von Tod in dem Moment, dadurch, dass sozusagen der Invasor kommt, so der Eindringling von außen, der weiße Mann mit seiner Stahlbestie fährt da durch die Wildnis und durch das Territorium der Ureinwohner und macht einfach nur sinnlose Zerstörung. Das habe ich so gefühlt in dieser Folge. Und da hat sie genau das geleistet, was Star Wars für mich leisten soll. Es soll dafür sorgen, dass ich ganz viele verschiedene Sachen fühle. Und da war es. Absolut. Und das ist ja wiederum das nächste Motiv oder diese Western-Thematik, die wir hier mit dem Zug und Überfall einfach nur sehen in der Folge. Ich muss sagen, dass ich auch großartig fand, wie die Geräusche das begleitet haben. Du hast ja schon gesagt, man hat am Anfang gar nicht erkannt, was kommt da jetzt. Wenn man dann aber genauer hingehört hat, hat die Musik tatsächlich den Zug so großartig begleitet, dass man das Gefühl hatte, durch das Getrommel, dass man die Räder sich bewegen hört. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, als du dann nur die Audiospur gehört hast. Aber das war wirklich, als würde eine Dampf-Lok gerade angerollt kommen. Natürlich viel, viel schneller, aber dieses Geräusch war einfach nur da. Und das hat das einfach nur stark gemacht, diesen Moment. Und wir sind durch diesen Moment noch mehr auf der Seite von Boba Fett. Wir erleben das ja wieder aus seiner Perspektive. Und wir sehen dann, wie er Held in diesem Moment ist und das Richtige tut. Er bringt erstmal die Kinder in Sicherheit, er hilft ihm, die Gefallenen zu bestatten und beschließt dann auch noch, etwas gegen dieses Unrecht zu tun. Also er steht auf, da ist er wieder, dieser Helden-Moment, den du am Anfang auch beschworen hattest. Was sind denn noch andere Themen oder was hat dich denn in dieser Folge noch groß angesprochen, an großen Gedanken, großen Dingen, die erzählt wurden? Was ich glaube, ich ganz, ganz wichtig finde, ist in dem von dir bereits genannten Teil, in dem das gegenseitige Lehren und Voneinanderlernen ja tatsächlich zwischen Boba und die Taske wunderbar funktioniert. Er zeigt ihnen das eine, sie zeigen ihm das andere. Und ich fand es hier ganz, ganz, ganz groß, dass es eben nicht nur gezeigt wurde, dass er ihnen beibringt, wie sie die Bikes fahren, sondern dass man auch ganz kurz in der Szene sah, wie sie eben auch gelernt haben, sie zu reparieren. Also er bringt ihnen bei, wie sie auch ohne ihn weitermachen können. Und das fand ich so gut. Also es ist nicht eben auch hier der weiße Mann, der den Ohrvolk beibringt, wie das funktioniert an sich und dann ist er weg und sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen, weil alles kaputt ist, sondern er bringt ihnen bei, wie sie das Ganze pflegen können. Und das könnte man jetzt wahrscheinlich auf weitere Sachen übertragen, die sich im Zug befinden. Das fand ich stark. Man hätte auf diese Szene verzichten können, haben sie aber nicht. Sie haben sie reingenommen, sich Zeit dafür genommen. Und das ist mehr als dieses Konzept Hilfe zur Selbsthilfe, was in der Entwicklungshilfe ja auch umstritten ist. Dadurch, dass sie ihm auch was zeigen, dass sie ihn auch emporheben. Genau, absolut. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Das ist nämlich verbunden in dieser Szene. Wir sehen den Schwenk der Kamera, wie sie die Bikes reparieren und im Hintergrund. In der gleichen Zeit wird ihm beigebracht, wie er mit dem Gaffi-Stab kämpfen kann. Also es ist miteinander verbunden. Es ist ein Geben-Neben-Eine-Szene. Das fand ich ganz, ganz wunderbar gemacht. Alles ist miteinander verbunden, ja. Und dazu gehört in Star Wars auch immer dieser Bereich, das Alte und das Neue, ja. Der Wert von etwas Altem und die Berechtigung, das Alte auch mal durch was Neues zu ersetzen oder auch nicht, ja. Dieses Spannungsfeld. Und wie wir das halt auch erleben als Zuschauende. Und da sind ganz viele Dinge drin in dieser Folge wieder, die uns vertraut sind. Das Tor zu Jabba's Palast, ganz am Anfang. Das kennen wir aus Rückkehr der Jedi-Ritter. Diese Form, dieser Klang, den man auch hört, als das Tor zugeht. Aber dieses Tor ist hier aus einer leicht anderen Perspektive gefilmt. Und die Zähne, die dieses Tor im Boden verankern, die sehen hier verrottet aus. Also da ist es irgendwie neu auch gezeigt, ja. Das Alte. Und insgesamt diese Lokalitäten auf Tatooine. Mos Espa kennen wir seit Episode 1. Das ist der Ort, an dem Anakin Skywalker gelebt hat mit seiner Mutter, wo Qui-Gon Jinn durch die Straßen gelaufen ist. Diese Gassen und Straßen, das kennen wir alles. Aber hier bekommt Mos Espa ein neues Gesicht. So wie in Kapitel 1 auch schon. Passiert das hier in Kapitel 2 auch? Wir hatten ja im Trailer schon diese Stadtansichten gesehen. Und ich war einer von denen, die gedacht haben, das ist nicht Mos Espa. Weil ich hatte ja dieses alte Mos Espa im Sinn. und jetzt erfahren wir, das ist sozusagen der Stadtkern, das Stadtzentrum, das in einer Senke liegt, mit diesem großen Turm in der Mitte. Und ich finde das so klasse, dass ich mich einerseits revidieren muss, dass ich mir vor den Kopf schlagen muss, na klar kann das Mos Espa sein, weil Schmi und Anakin haben in einem armen Viertel gelebt, da wo die Sklaven gelebt haben. Und warum kann so eine Stadt nicht auch ein reichen Viertel haben? Und wie sinnvoll das ist, dass dieses reichen Viertel, das Stadtzentrum, in dieser Senke liegt, wo Felswände in der Nähe sind, die vielleicht mehr Stunden am Tag Schatten auf diese Stadt werfen, als wenn da keine Felswände wären. Also die Reichen leben da sozusagen in einem etwas kühleren Bereich möglicherweise der Stadt. Wenn ich da die Funktion von Wetter und Tal jetzt nicht falsch einschätze und so. Ich denke einfach, dieser Schatten hat einen finanziellen Wert möglicherweise für diese Häuser. Und deswegen ist das vielleicht auch das reichen Viertel. Also da erleben wir einen Aspekt von Mos Espa, der ist neu, etwas Altes, das einen neuen Dreh bekommt. Dieser Palast des Bürgermeisters, der ist auch neu, aber er strahlt was Altes aus, also Geschichte und Kultur. Allein wie die Wände gestaltet sind hinter dem Thron des Bürgermeisters, das sieht man so Steine, die offensichtlich gehauen sind in bestimmten Formen, wo so kunstvolle Inschriften drin sind. Und an der anderen Wand, da wo Boba Fett steht, da sind auch so Platten eingelassen, wo auch Schriften sind. Also was ist das? Sind das vielleicht die Gesetze der Stadt, die da an der Wand stehen? Ja, also dieser Raum ist toll. Der atmet Geschichte und Kultur. Also in dem Neuen steckt dieses Alte drin. Und alt ist ja eigentlich auch dieser Bürgermeister. Das ist ein Ithorian. Diese Spezies kennen wir seit der Mos Eisley Cantina von 1977. Die saßen da rum und da haben wir die auch schon gehört. Ihre Art der Kommunikation, dieses brummige Stottern. Und im erweiterten Universum haben wir dann auch erfahren, dass die so Übersetzungsgeräte dabei hatten, dass man die dann auch in Basic hat sprechen hören und so. Aber wie das funktioniert und wie sich dann der Mund bewegt, das sehen wir jetzt hier zum ersten Mal. Ich finde, diese Bürgermeisterfigur ist als Practical Effect so toll umgesetzt. Und dann wird die auch noch gesprochen von dem Regisseur Robert Rodriguez. Und das macht es alles einfach nur eine große Freude, wie ihr alt und neu in diesem Kapitel verbunden werden. Bobas Vision. Wie hast du Bobas Vision erlebt und hast du eine Interpretation für mich? Ach, ich habe gehofft, dass du das machst. Und zwar nein, andersherum. Ich habe gehofft, dass du das Thema machst. Denn tatsächlich habe ich mit diesem Teil mein größtes Problem gehabt. Aber es ist eine reine Geschmackssache. Ich bin einfach nur nicht Fan von solcher Art Darstellung. Also es ergibt durchaus alles absolut Sinn. Wenn man jetzt wieder daran denkt, er ist bei einem indigenen Volk und man sieht auch schon öfters in dem Film, dass da eine Pfeife durch die Runde geht oder Sonstiges und dass man eben mithilfe von pflanzlichen Mitteln versucht, seine Wahrnehmung zu erweitern. Das ist uns als Motiv bereits bekannt. Aber für mich ist einfach nur diese Darstellung, da ist so, so viel drinne in seinem Trip, den er da hat. Und ich müsste mir wahrscheinlich genau diesen Abschnitt so oft anschauen und so sehr versuchen, die einzelnen Symboliken zu interpretieren, dass es mir schon wieder keinen Spaß mehr macht. Also ich würde da zu doll zerdenken, wenn ich anfangen würde, die gesamte Szene für mich zu analysieren. Von daher habe ich gehofft, von dir da vielleicht etwas zu hören, was mir diese Analyse leichter macht. Ich kann das ja auch nur versuchen. Wir sehen da ja, Boba läuft über den Sand von Tatooine erst mal. Seine aktuelle Gestalt verschwimmt dann und man sieht in seiner früheren Gestalt in der Rüstung, noch mit dem grauen Unteranzug unter der Rüstung, noch nicht die schwarze Kutte. Also das ist der alte Boba-Fett. Und dann wird der Sand zu einem aufgepeitschten Ozean. Da ist wieder dieser Kontrast, der tödliche Sand und das lebengebende Wasser. Der Ozean könnte dann eine Referenz sein, dass der Sand auf Tatooine auch mal mehr war, auch mal ein Ozean. The Dune Sea wird es ja genannt, diese Region auf Tatooine. Aber das war ja auch mal, bevor der Planet austrocknete, ein Ozean tatsächlich, wirklich mit Wasser. Ich denke aber eher, dass das eine Erinnerung ist an Kamino. Wo Boba herkommt. Diese aufgepeitschten Wellen, dieser Ozean, der so voller Leben ist und Bewegung. Und in der Mitte dieser Wellen steht ein großer Baum. Und neben dem großen Baum steht ein kleiner Baum. Und da habe ich gedacht, das könnten Django Fett und Boba Fett sein, symbolisch. Also die da auf Kamino verwurzelt sind, die da herkommen. Oder vielleicht, wenn es jetzt nicht konkret Django Fett und Boba Fett symbolisieren, diese Bäume, dann ist es vielleicht ganz allgemein Bobas altes Leben. Dieser Baum, das ist Bobas altes Leben. Der jetzige Boba wird dann von diesem alten Leben gepackt und fast gewürgt. Das alte Leben hat ihm nichts gebracht als Verderben. Wegen dieses alten Lebens ist er im Sarlacc gelandet. Dann passieren genau in diesem Moment diese Überblendungen. Der Baum ist zu sehen und dann Boba im Sarlacc. Beides Mal wird er gewürgt. Der alte und der neue Boba kämpfen dann mit dem Baum und mit dem Sarlacc. Also sie kämpfen mit den Konsequenzen ihres alten Lebens, mit den Entscheidungen, denen sie getroffen haben, vor allem mit den schlechten Entscheidungen, die sie getroffen haben. Entscheidungen, die ursächlich resultiert sind aus dem Verlust von Bobas Vater. Das war ja der Anfang allen Übels. Jango Fett, den Boba so dringend gebraucht hätte, war weg. Und nachdem Jango Fett weg war, ist Boba unter diesen schlechten Einfluss geraten von Kopfgeldjägern wie Aura Singh und hat sich auf den Pfad der Rache an Mace Windu begeben und konnte sich von diesem Pfad auch nicht so richtig lösen, hat sich von den Hutten anheuern lassen Es war dieser leichte Weg, der alte Weg. Töten, um Reichtum zu bekommen. Töten, um schnell an Ansehen zu kommen. Wir sehen ja dann auch diesen jungen Boba, der um seinen Vater trauert. Der hat da Jangos Helm in der Hand und dann sehen wir noch Jango wegfliegen, während Boba da auf Camino sitzt und wartet. Und jetzt bricht der jetzige Boba aus dieser Gefangenschaft aus, aus der Gefangenschaft des Baumes, aus der Gefangenschaft des alten Lebens. Er bricht diesen Baum durch seine Reise, die er mit den Tusken angefangen hat. Das ist für mich ein wesentlicher Kern dieser Vision. Und diese Reise ermächtigt ihn dann, mit diesem Ast zurückzukommen, der dann symbolisch umgebaut wird zu einer Waffe. Weapons are part of my religion. sozusagen als Belohnung dafür, dass Boba diese Reise unternommen hat, diese spirituelle Reise, und dann wiederkommt mit etwas. Das hat mich so ein bisschen erinnert auch an den Pfad der Jedi. Die müssen ja auch Trials machen und irgendwann gehen sie idealerweise nach Ilm und hoffen darauf, dass ihr Lightsaber-Crystal sie findet. Und dann kommen sie zurück von dieser Reise nach Ilm mit diesem Lightsaber-Crystal in der Hand, der ihnen dann ermöglicht, diese Signaturwaffe, das Lichtschwert zu bauen. Das sind durchaus Parallelen, ja. Das ist mein Versuch, diese Vision zu verstehen. Ich danke dir so sehr dafür. Ich habe mir das genau so vorgestellt. Und ich bin jetzt mit der Szene tatsächlich glücklich, beziehungsweise ich bin glücklich damit, dass ich faul sein darf und von dir diese Erklärung bekommen habe, beziehungsweise diese Analyse. Das muss ja nicht stimmen, aber okay, wenn du damit d'accord gehen kannst, ist ja schön. Es ergibt für mich Sinn. Lass uns über Action-Momente sprechen. Ja, sehr gerne. Hast du Action-Momente, die für dich besonders herausgeragt haben? Ja, tatsächlich. Und zwar habe ich die ganzen Kampfflektionen mit dem Gaffi-Stock, mit der Gaffi-Lanze. Die Kämpferin aus dem Stamm der Tusken bringt Boba das Kämpfen bei und es wird in unterschiedlichen Szenen gezeigt und ich finde schon den allerersten Moment, in dem gezeigt wird, wie sie üben und er relativ schnell nicht das macht, was sie ihm zeigt und sie ihm dafür ein paar Klapse verteilt. Es war so schön. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne das so gut, dieses Gefühl. Du versuchst, was vermeintlich super Einfaches zu erklären, also wirklich babysicher zu erklären und zeigst es nochmal und die Person dir gegenüber versteht es trotzdem nicht. Und manchmal wünschte ich mir, ich wäre bei den Tusken und könnte genauso reagieren wie sie und Klapse verteilen. In deinem Beruf sollte man das nicht tun. Das war mein nächster Gedanke, aber den Wunsch kann ich mir behalten. Ich bin Lehrerin nebenbei. So, und dann sehen wir das nächste Mal, wie die beiden miteinander trainieren und das ist nachdem Boba die Bikes dem Stand zurückbringt. Und ich habe ja schon davon gesprochen, wir sehen in einem Rutsch, wie sie an den Bikes arbeiten, aber auch gleichzeitig dahinter die Kampfszene stattfindet zwischen Boba und der Kämpferin. Und wie ich gefeiert habe, als er ihr den Stab, die Lanze, aus den Händen schlägt und man denkt, ja, er hat es geschafft und eine halbe Sekunde später macht sie diese wundervolle Rolle und fängt einfach nur diese Lanze einfach so auf. Wie schön war das denn? Ja. Ich meine, wir haben mittlerweile so viele Kampfszenen gesehen, überall. Und wir sind an so vieles gewohnt. Und wie großartig ist das bitte, wenn wir eine Szene finden, bei der die Filmemacher es schaffen, irgendwas zu bringen, was wir bisher noch nicht gesehen haben, was uns überrascht. Ich war hin und weg. Ja. Und die Kriegerin bleibt weiterhin die dominante Kämpferin. Es ist nicht too much, was den Charakter Boba angeht, dass der jetzt zu viel emporgehoben wird. Ja, also, dass er jetzt stärker wird als die Frau. Er bleibt der Schüler noch in diesem Moment. Es wäre sonst zu schnell. Das fand ich auch mit ganz viel Fingerspitzengefühl eingesetzt. Diese Action-Szene in diesem Moment war genau richtig, auch für die Story, für die Charakterentwicklung. Und hat einen wahnsinnig guten Schauwert gehabt. Ich feiere diese Szene auch. Absolut. Und dann reicht sie ihm auch noch die Hand, Kevin. Sie reicht ihm die Hand zum Aufstehen. Was sehen wir da für eine Entwicklung von einem, wie doof bist du eigentlich? Ich verklapp's dich. Zu einem, ja, das war gar nicht schlecht. Komm, ich helf dir. Und ich habe tatsächlich auch nicht lassen können, zu schauen, wer diese Kämpferin spielt. Ich war total positiv überrascht, zu sehen, dass es eigentlich niemand Unbekanntes ist. Ich weiß nicht, hast du dir das angeschaut? Also, ich habe mir in den Credits den Namen angeschaut. Die Schauspielerin Joanna, hilf mir. Joanna Bennet. Joanna Bennet. Ich kann über die nichts erzählen. Du? Wir haben sie schon in so vielen Filmen gesehen. Und das finde ich so beeindruckend einfach, was sie alles geschafft hat und irgendwie so traurig, dass wir das als Zuschauer nicht wissen. Sie war Stuntdouble für sowohl Amber Heard als auch Nicole Kidman in Aquaman. Sie hat Brie Larson in Captain Marvel als Stunt vertreten. Sie war gell-gathered in Wonder Woman und in Justice League und, und, und. Also sind sehr, sehr bekannte Action-Comic-Verfilmungen, in denen es einige Kampfszenen gibt und wir sehen einfach nur ihre Bandbreite, was die alles drauf hat. Und es gibt auf YouTube, wenn man nach ihr schaut, unter anderem auch Szenen, in denen man sehen kann, wie sie für Captain Marvel die Szenen trainiert und es ist einfach beeindruckend zu sehen, was die Frau alles kann. Also, Hochachtung dafür. Hochachtung für Joanna Bennet. Ich bin dabei. Ja, Kevin, und bei der zweiten Szene, die ich als großen Action-Moment für mich festgehalten habe, es ist auch einfach der große Action-Moment, die Zugszene. Da habe ich auch versucht, das auf eine kleinere Szene zu begrenzen, um nicht zu lange zu reden und auch da bin ich wieder bei ihr. Das ist für mich einfach nur der großartigste Moment, in dem sie merkt, die Leute, die Tusken und Boba auf dem Zug kommen nicht weiter, sie brauchen meine Hilfe und sie steuert ihr Bike auf den Zug. Mit dieser Explosion fliegt sie dann auf den Zug drauf, hält sich fest. Und dann verschwindet sie. Und wie großartig ist bitte diese Regieentscheidung, dass wir den Kampf von ihr nicht wirklich sehen, sondern wir hören es und wir sehen sie in den Fenstern auftauchen. Wir sehen den Stock, die Lanze, aber das, was sie dort anstellt, im Inneren des Zuges bleibt uns verborgen. Sie bleibt für uns damit irgendwie geheimnisvoll. Wir wissen immer noch nicht viel mehr über sie. Also sie ist ein Geheimnis, wir wissen, sie hat unfassbar viel drauf und diese Szene beweist es uns einfach. Und übrigens war sie die Einzige, die tatsächlich die geübten Sprünge am Ende umsetzen musste. Zumindest so, dass wir es gesehen haben. Die anderen haben das ja mithilfe eines Seils geschafft, auf den Zug aufzusteigen. Sie musste springen. Und sie hat es so super gemacht. Ich habe mir ihre Momente gar nicht unter Action aufgeschrieben, obwohl es mehr als angemessen wäre, sondern unter Comedy-Momente, lustige Momente. wie toll Comedy und Action hier verheiratet sind. Nachdem die das gemacht hat, was du beschrieben hast, wie sie da durch das Abteil rennt und da aufräumt, ist für mich die beste Szene dieser Folge, wo du die Pikes frontal gefilmt siehst, die aus den Lupen gucken und dann verschwindet der erste Kopf und dafür taucht ihr Kopf auf und guckt so in die Kamera. Hallo, ich bin jetzt hier und räum auf. Moment, ich komme gleich wieder. Schwupp, ihr Kopf ist weg. Der nächste Peik-Kopf verschwindet. Der andere Peik-Kopf guckt, bevor dieser Peik-Kopf dann auch verschwindet. Und man sieht nur die Lanze. Und das ist filmische Comedy par excellence. Da passiert was ganz Wunderbares, was auch nur filmische Comedy kann. Nämlich, das Bild ist statisch und du siehst nur, wie sich Figuren aus dem Bild rausbewegen. Erinnert euch vielleicht an diese Szene aus The Mandalorian als Mando mit dem Speederbike und dem Kind unterwegs ist und dann werden sie überfallen von dieser Gruppe auch in dieser kargen Landschaft und nachdem der Mando sich gegen diese Angreifer durchsetzt, versucht ja einer von den Angreifern, dieser Kleine mit dem Jetpack davon zu rennen und der Mando drückt dann auf so einen Knopf und der Kleine fliegt dann mit dem Jetpack aus dem Bild. Stimmt. Jetzt, was du sagst. Und genau das passiert ja auch. Das Bild bewegt sich nicht, aber die Figuren bewegen sich aus dem Bild raus, die Pikes bewegen sich nach unten und wir sehen sie einfach nicht mehr. Das Gleiche ist humortechnisch später mit diesem Zugführer. Der rennt ja auch aus einem statischen Bild raus und das verstärkt den Spaß in dieser Szene, so wie es nur filmen kann. Es ist so wunderbar. Andere Action-Momente, die mir noch besonders waren und die mir auch Spaß gemacht haben. Bevor dieser Zugüberfall anfängt, gibt es diese ganz kurze Sequenz, als alle alarmiert sind. Nachdem Boba die Tusken noch trainiert hat, taucht ja dieser Zug auf und alle machen sich bereit. Die Kinder rennen auf den Hügel, die Schützen holen ihre Gewehre und Boba sitzt dann mit den anderen auf die Swoop-Bikes auf und ruft Riders ready! Riders ready! Und er ballt so diese Faust und man denkt, das hat Tam Morrison hier reingebracht. Ja, das war nicht im Skript drin. Und die Tusken antworten mit diesem Boah, ist die Szene toll. Dazu setzt diese treibende Musik ein, aber auch ohne diese Musik, nur durch Bild und Ton ist so wahnsinnig viel drin. Der Moment, auf den sie hingearbeitet haben, der kommt jetzt. Ja, also es wird gleich ernst. Und weil die Folge so viel dafür getan hat, dass ich mit Boba und den Tusken sympathisiere, bin ich jetzt voll involviert in diese Action-Szene. Ja, jetzt geht's los! Und Startsequenzen haben auch oft sowas. Das ist ganz ähnlich bei dem Start der X-Wings in Episode 4 oder der Start der Snowspeeder in Episode 5. das ist alles nach ähnlichen Prinzipien gestaltet und die haben ein ähnliches Gewicht und das funktioniert bei mir immer wieder ganz fantastisch. Nicht nur bei dir, Kevin, nicht nur bei dir. Das ist also kein Jungsding unbedingt, wenn Maschinen starten. Nein, das war einfach nur eine großartige Vorbereitung darauf, dass die Action jetzt sofort startet und großartig gespielt. Und da sehen wir wieder einfach ganz, ganz viel Gestik, durch die einfach die Sprache der Tusken, die wir nicht verstehen, unterstützt wird. Einfach nur gut gemacht. Das waren unsere Action-Momente. Hast du vielleicht noch lustige Momente, die dir besonders Spaß gemacht haben? Oh ja. Das war meinem Freund ganz, ganz wichtig, dass ich die leere Rancor-Grube reinbringe. Ich kann es absolut nachvollziehen. Ich spreche von der Szene relativ am Anfang, wo der Assassine in die Rancor-Grube geworfen wird und er sieht langsam zu, wie sich die Tür zu dem Rancor öffnet. Und je weiter die Tür aufgeht, desto mehr sehen wir Angst in seinem Gesicht, trotz der Maske dazu gesagt. Und ich persönlich habe wirklich für einen kurzen Moment gehofft, wir werden jetzt einen Rancor sehen. Vielleicht Muji aus The Bad Batch. Ging sicherlich auch nicht nur mir so. Ja. Und in dem Moment schrie er, aber es kann kein Rancor geben, der wurde doch getötet. Also wir litten da schon irgendwie mit, fieberten mit und sahen dann aber relativ schnell, dass die Angst des Attentäters sinnlos war. Sekunde später war eine tödliche Rancormaus da. aber kein Rancor und das war einfach nur so schön gemacht. Ich meine, die hätten die Grube auch leer lassen können. Sie haben aber die Maus reingebracht und das war wunderbar. Es war auch von der Abfolge der Bilder, genau wie in Return of the Jedi, der Körper rollt diese Rampe runter, der Thron fährt über das Gitter und von oben wird runtergeguckt. Man erinnert sich an den Gamalien, der da stand und wo der Geifer aus dem Mund lief und so. Das erinnert uns alles daran. Wir wussten, was dann passiert, was dann aus dieser Tür rauskommt und wir waren alle bereit zu rufen, da ist Moochie, ich weiß, wer es ist. Und dann ist nichts, einfach nichts. Ganz toller Humor und super, wie das Fennex Versprechen einlöst. Sie wollte ja diesen Punkt machen, dass dieser Attentäter ein Mitglied dieses Orden des Nachtwindes ist und die sind einfach überteuert. Diese Szene davor ist so lustig als Boba und Fennec den verhören und der 8D8 sagt, das ist ein Mitglied des Ordens des Nachtwindes. Sehr teuer. Er ist der Ordnung des Nachtwindes. Er ist für die Heilung. Sehr spät. Überpriced. Du bezahlenst den Namen. Seine Reputation ist legendär. There is no way this one will talk. I know of their reputation. Just people and hoods. There is no way he will talk. They fear no man. Und Fennec hält dagegen überteuert. Ja. die 8D8 sagt dann, ihr Ruf ist legendär. Dieser hier wird auf keinen Fall sprechen. Und Fennec, es sind nur Leute mit Kapuzen. Und 88 noch mal so insistiert, there is no way he will talk. Sie fürchten niemanden. Und dann zieht sie dieses Manöver ab mit der Rancor-Grube und sie legt so schonungslos offen, dass dieser Ruf der Attentäter nur Politur ist. und wenig Substanz. Man möchte es jedes Mal machen, wenn man irgendwas überteuertes einkauft. Du kaufst einen Pulli in irgendeinem Kaufhaus, in irgendeiner schicken Einkaufsstraße in München oder Hamburg oder Frankfurt, kaufst diesen Pulli für 70 Euro und dann bist du in deiner Heimat in so einem kleinen Kaufhaus und siehst den Pulli und der kostet nur 40. Fuck. Scheiße. Ja. Enttarnt. Man möchte jedes Mal die Verkäuferin in diese Rancor-Grube schmeißen so. Oder mit dieser Rancor-Grube drohen und sagen, hier, dieser Pulli, der ist doch überteuert. Und sie, nein, 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 der ist genauso viel wert. Okay, vielleicht überzeugt dich der Rancor. Ja, leider geht das nicht. Sehr schön. Du, aber dort ist noch ein anderer Wortwitz beziehungsweise eine andere Perle drin versteckt. Und zwar sagt nämlich im Englischen der immer noch nicht Protokoll-Druide, There is no way he will talk. They fear no man. They fear no man. Was im Deutschen als sie fürchten niemanden übersetzt ist. Und daraufhin antwortet Schellneck Fine. Perhaps he fears the Rancor. Nun, hier haben wir dieses wunderbare Wortspiel zwischen er fürchtet sich vor keinen Menschen, wäre es ja eigentlich wörtlich, ne? Und sie bringt hier einen Rancor als ein Gegenspieler zu den Menschen. Und tatsächlich ist diese Art von Wortwitz zumindestens für mich das allererste Mal in einem anderen Universum passiert, was ich total liebe, nämlich in Herr der Ringe. Wir kennen das vielleicht aus der Szene, in der der König der Ringgeister im dritten Teil gegen Eowyn kämpfne und er sagt, die Prophezeiung aufnehme ich, dass er von keinem Mann getötet werden kann. Und ratzfatz setzt Eowyn ihren Helm ab und wir sehen, haha, kein Mann, ne Frau. Nur, dass hier eben es um Menschen und Rancors ging. Also großartig wieder etwas, was wir kennen, in Star Wars Kontext gebracht und wunderbar als Praline verpackt und geschenkt. Und ich werde immer wieder drauf reinfallen und es zu spät merken. Meinst du jetzt das mit dem Wortwitz? Ja, genau. Also ich werde immer wieder drauf reinfallen. No man can't kill me. I am no man. Ah, eine Frau. Ah, kein Rancor. Ich glaube, das kann einfach nur daran liegen, dass wenn man als elfjähriges Mädchen das zum ersten Mal liest und da endlich eine Frau das allererste Mal in dieser Welt irgendwas Abgefahrenes abzieht, man sich denkt, ja, ich glaube, das ist einfach in meinem Gedächtnis ganz, ganz, ganz anders geprägt als in deinem und das ist auch in Ordnung so. Kann denn dieses Kapitel 2 elfjährige Mädchen auch ähnlich prägen? Das kann ich dir sagen, nachdem ich meine Tochter das habe gucken lassen. Warum nicht? Weil tatsächlich finde ich, schafft es die Serie bisher unfassbar großartig, das Thema der Gleichberechtigung der Geschlechter gar nicht zum Thema zu machen, sondern sie schaffen das einfach nur das so darzustellen, ohne dass es zu einem Thema wird und das finde ich so, so, so wichtig. Wenn es selbstverständlich wird. Genau, dass es nicht immer wieder thematisiert werden muss und nicht immer wieder irgendeine Rolle spielt. Es muss öfters noch gemacht werden, also verstehe mich bitte nicht falsch, es ist noch lange nicht so, dass es selbstverständlich wahrgenommen werden kann, aber hier schafft es die Serie bisher wirklich kein Thema daraus zu machen, sondern einfach nur diese Gleichstellung, diese Gleichberechtigung vorauszusetzen und darzustellen, das finde ich super. Dadurch, dass die Kriegerin offensichtlich weiblich ist, aber sie wird so gar nicht betitelt, begünstigt dadurch, dass es im Englischen The Warrior ist, also maskulin und feminin, beides in einem oder vielleicht noch irgendein Non-Binary-Geschlecht, das da gar nicht reinpasst, ja genau. Also es ist möglich, es hat ganz viel Potenzial für ganz viele Repräsentationen, ja genau. Andere lustige Momente? Ja, auf jeden Fall. Ich nenne diesen Moment sehr liebevoll die Empfangsdame. Der Klörg im Palast des Bürgermeisters. Ich meine, wie großartig ist hier mit Klischees gearbeitet worden. Wir sind es eigentlich, wenn wir wieder bei dem Thema Rollen, Klischees, Rollenbilder sind, sind es wir doch gewohnt, eher beim Empfang jemanden schönen, meistens weiblichen, mittlerweile auch männlichen zu sehen. Und hier sehen wir einfach nur diese wunderbare Figur, dieses Individuum, was meiner Meinung nach aus dem amerikanischen Bürgerkrieg genauso entnommen werden könnte und dahingestellt werden könnte. Und es ist einfach die Empfangsdame von dem Bürgermeister und reagiert auch noch so wunderbar darauf, dass Boba da ankommt und sagt, hm, haben sie ja einen Termin. Es ist einfach großartig. Also wieder ein Humor, den ich absolut abkaufe, der nicht übertrieben ist, sondern wirklich die Szene genau auf den Punkt bringt. Wie hast du das erlebt? Ich dachte, ich sehe einen schlechten Klon von Pedro Pascal und es ist gewollt. Der Schauspieler sah in meinen Augen dem so ähnlich, der den Mandalorian spielt. Es ist, stimmt nicht, die sind nicht verwandt und nicht verschwägert, heißen auch nicht ähnlich, aber irgendwie habe ich gedacht, er ist das mit einem Schnurrbart und mit einer Fokuhila. Wunderbar. Stimmt, jetzt wo du sagst, tatsächlich habe ich das Bild vor mir, es gibt Ähnlichkeiten. Es gibt starke Ähnlichkeiten. Ich würde auch hier bewusst keine Lügen erzählen. Peter Pascal würde das wahrscheinlich nicht so sehen und andere auch nicht und völlig zu Recht, wir sehen in dieser Folge noch allerlei lustige Kreaturen, Wesen und Ruiden, die am Rand rumstehen und das gehört auch zu Star Wars dazu. Als die Zwillinge herbeigetragen werden, gibt es Schnitte auf die Zuschauenden am Rand und in einer Einstellung ist was zu sehen, das aussieht wie eine Mülltonne auf zwei Beinen. Das ist so super. Stell dir vor, du bist dieser Mensch, der das gespielt hat und der kommt nach Hause zu seiner Partnerin oder zu seinem Partner und sagt, stell dir vor, ich habe eine Rolle in The Book of Boba Fett. Ehrlich, geil, was spielst du? Eine laufende Mülltonne. Ach, schön. Welcher Star Wars Fan würde sich darüber nicht freuen? Also ich fände es super. Also ich würde sofort ein Ticket kaufen und in die USA fliegen, wenn ich so eine Mülltonne spielen könnte. Du müsstest die Mülltonne dann allerdings wieder mit nach Hause nehmen, sie so hinstellen, dass du dann die Schuhsohle da reinlegen kannst, dann gewinnt das wieder eine ganz andere Bedeutung. Wenn ich dann irgendwann anderen Leuten erzählen kann, noch in Jahren und diesen Screenshot zeigen kann von dieser Mülltonne, schau, das da bin ich, dann soll es so sein. Aber tatsächlich, du sprichst diese ganzen Kleinigkeiten mit den verrückten kleinen Wesen, die wir sehen. Auch das war für mich so eine Frage, was passiert mit den beiden hier neben mir auf der Couch, die das zum ersten Mal erleben. Finden sie das albern oder ist es ein Humor, der auch für sie funktioniert? Und auch da, es hat wunderbar funktioniert. Bei dem blauen Elefanten wurde laut gelacht. Also alles das, was wir bereits kannten, war für die auch jetzt im Erwachsenenalter. Ich meine, wir sind alle Ü30 und auch das war für sie immer noch unfassbar lustig und das zeigt einfach genau dieser Star-Wars-Humor, der funktioniert. Der funktioniert, der wird nicht alt, das ist ein Erfolgsrezept, was auch 40 Jahre danach und länger noch funktioniert und das ist ein Teil, der erklärt, warum Star Wars so eine Erfolgsgeschichte ist, ja so nachhaltig. Du, absolut. Und was ich mir in dem Moment auch gedacht habe, ist, es zeigt auch nach wie vor, dass Star Wars auch einfach meistens ein Familienfilm ist. Dieser Humor, der funktioniert für Erwachsene genauso gut wie für Kinder und damit hat man irgendwie auch die Verbindung dazu. Wie, warum kann ich mit einer Elfjährigen das gucken? Die findet genau sowas witzig, ich aber auch. Und da haben wir eine Verbindung, die es uns beiden ermöglicht, den Zugang zu finden, auch wenn für sie vielleicht manche Szenen noch viel zu weit sind, um sie zu verstehen. Genau so hat Star Wars für mich auch als Kind einfach nur funktioniert, unabhängig davon, wie jung ich war, einfach weil genau das da aufgeht. Meine Hoffnung ist, dass meine Frau lacht, wenn sie sieht, wie dieser männliche Hutte den weißen Weltraumhamster aus dem Eimer nimmt, um sich damit den Schweiß abzutupfen. Das ist einerseits so schräg, aber auch so wunderbar dekadent und deswegen passt es so gut. Weil die Hutten sind dekadente Bastarde, die sich um das Leben anderer Wesen einen feuchten scheren, ja. Ach, es ist so toll. Eigentlich hätte Boba jetzt sagen müssen, du schwitzt wie ein Gumpa auf Mustafa. Und ich mir dachte, wer zur Hölle ist das? Und habe das dann auch im Nachhinein gegoogelt und habe erst gestellt, das ist das erste Mal, dass Gumpa oder Gumpas erwähnt werden. Und werden wir noch erfahren, wer das ist. Oder hast du von denen schon mal gehört, Kevin? Weil ich habe jetzt nichts finden können. Nein, ich musste auch Wikipedia bemühen und es gab noch keinen Eintrag zu dem Gumpa. Und warum sie auf Mustafa schwitzen könnten, wir können uns aber alle vorstellen, dass es irgendwelche Tiere sind, die es eigentlich gerne kühl mögen, so wie ich. Also ich bin ein Gumpa, ich bekenne es. Also bräuchtest du auch so einen weißen Hamster zum Abtrocknen? Ich würde es nie wagen, Tiere auf diese Art und Weise zu missbrauchen. Dafür habe ich die viel zu gern. Ich habe den Twitter-Account Kenobi, das Eichhörnchen, gegründet. Es tut nicht viel. Ab und zu kommt es und holt sich Walnüsse bei mir im Garten und so. Nachdem ich versucht habe, es zwei Jahre anzufüttern, hat es dann irgendwann geschnallt, dass es sich da was zu essen rausholen kann. Und jetzt kommt es jeden Tag und es bringt inzwischen seine Familie mit und es ist wunderbar. Sehr schön. Halt es bitte fern von Hutz. Ja, und ich werde es weiter filmen und ab und zu auf dem Twitter-Account von Kenobi das Eichhörnchen was posten, aber bisher ist da noch relativ wenig zu finden. Aber ich bleibe dran. Und es werden keine Hutten in die Nähe gelassen. Ja, keine Sorge. Was sagst du zu der Fahrschul-Szene? Du meinst, als sie hüpfen von Bike zu Bike und es nicht schaffen? Genau, als Boba auch das allererste Mal den zeigt, wie sie das fahren und das mit dem Ritt auf einem Banter vergleicht. Das war so ein Tim Morrison-Moment, wie er da sitzt und du denkst tatsächlich, das hat er auch spontan gemacht und dann reagieren sie nicht. Es ist eine ganz besondere Art von Humor, zu zeigen, wenn das Gegenüber nicht reagiert. Es gibt ja auch so einen Moment, wo Boba nicht reagiert, nachdem der Major Domus das mit der Sänfte sagt. Ja, ich habe deine Sänfte gar nicht gesehen. Da kommt ja so ein Schnitt auf Boba und der schweigt. Pardon the lack of pomp for your entrance. However, I did not see your litter arrive. Und da steckt so viel drin. So dieses, oh Gott, lasst mich doch in Ruhe mit dieser blöden Sänfte. Ja, jetzt kommt er schon wieder damit an. Geschwiegen haben diese Tusken in der Fahr-Schul-Situation auch. Genau, und dieses hin und her hüpfen und es nicht schaffen war für mich hart an der Grenze, humortechnisch. Jump to me! Jump! Das war der einzige Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt sehr durchschaubar und sehr klischeeig, um zu zeigen, hier wird The Plabs trainiert und am Ende werden sie es schaffen und feiern, so. Aber okay. Aber hast du die Sprünge tatsächlich als Humor wahrgenommen? Für mich war das eher, wir sehen jetzt hier das Training, wir sehen die Vorbereitung. Der Humor fand für mich davor statt, mit dem Rückwärtsfahren zum Beispiel. Und ab dem Moment, wo sie schon unterwegs waren und wirklich gefahren sind und gesprungen sind, war das für mich eigentlich mehr ein Action-Moment. Zumindest habe ich das nicht als etwas Lustiges in dem Sinne wahrgenommen, sondern fand es eigentlich ganz schön, dass wir mal gesehen haben, da findet eine Vorbereitung statt. Man geht jetzt nicht davon aus, dass sie sofort wissen, wie sie die Bikes fahren können, sondern uns wird gezeigt, wie Boba sie darauf vorbereitet. Dann hat es vielleicht daran gelegen, dass ich das so humorig wahrgenommen habe, weil so viele Tusken-Situationen humorig gepaart sind. Ich denke auch an die Situation, als sie den Sand mit einer Harke bearbeiten. Ich musste an Spaceballs denken, als Lord Helmchen sagt, durchkämmt die ganze Wüste und die imperialen Soldaten gehen dann mit einem riesigen Kamm durch den Sand. War das eine Anspielung bewusst oder nicht? Wir werden es möglicherweise irgendwann erfahren, dass das Absicht war oder nicht. Aber es reicht ja, dass es in mir das hervorgerufen hat, dieser Gedanke an Spaceballs. Also Star Wars referiert nicht nur in sich selbst, in Kanon und in das erweiterte Universum. Es referiert möglicherweise auch in seine eigenen Parodien. Und das müssen wir eigentlich noch viel explizierter machen. Es referiert sogar seine gelöschten Szenen. Wir haben es zweimal erwähnt, die Toshi-Station wird mutmaßlich gezeigt. Es ist ziemlich sicher, die Toshi-Station, die Luke erwähnt in Episode 4, das Lokal, hier in dem Boba diese Nikto-Swoop-Gang aufmischt. Das ist ganz offensichtlich die Toshi-Station, wo Luke ein paar Energiewandler abholen wollte. Da gab es eine Deleted Scene, die kann man sich angucken, wenn man Disney Plus hat, in den Extras zu Episode 4. Da ist so eine Sechs-Minuten-Szene, wo Luke auf Tatooine ist, noch mit Big Star-Gleiter und dann gehen sie in die Toshi-Station. Und da sieht man diesen Raum, ganz ähnlich gestaltet, wie er jetzt hier ist in The Book of Boba Fett mit diesen Fenstern im Hintergrund. Und es gibt sogar dieses Spiel, was in einem Schnitt zu sehen ist und die Bar steht links und sogar die Bevölkerung in dieser Toshi-Station ist gleich. Also dieses Liebespaar, was man hier sieht in The Book of Boba Fett, ist neun Jahre vorher, als Luke noch auf Tatooine war, auch schon da. Die heißen Kami und Fixer und die sehen ihren Vorbildern von 1977 so ähnlich und es macht Sinn. Ich meine, es sind nur neun Jahre zu den Ereignissen von In You Hope. Natürlich können die da noch rumhängen auf Tatooine, weil Luke hat ja auch gesagt, ich werde niemals von hier wegkommen. Es ist alles so weit weg und die haben es halt nicht geschafft. Die hängen da immer noch rum. Es ist wunderbar lustig auch. Und es ist auch okay, wenn man es nicht erkennt. Dass es die Toshi-Station ist und dass es dieses Liebespaar ist, weil es erfüllt trotzdem diesen narrativen Zweck. Der Boba kommt da rein und er macht einen Unterschied durch sein Auftreten. Und wie er reinkommt, Kevin. Das ist genau die Szene, die wir gesehen haben in den Trailern. Dieser Schatten, der da in der Tür auftaucht. Die Silhouette. Und auch die Kraft, die Tam Morrison dann entfaltet, wie er von vorne gefilmt ist und dann diesen Gaffi-Stick erst richtig nimmt, nachdem er es vorher mit dem Gewehr versucht und das Gewehr bricht. Und dann nimmt er diesen Gaffi-Stick und du siehst diese Kraft in seinem Gesicht und in seinem Oberkörper. Und der strahlt das so toll aus. Und das ist ein wesentlicher Punkt, warum ich Tam Morrison so mag. So diese körperliche Präsenz, die er hier ausstrahlt. Super. Und der Automat, den du erwähnt hast, macht Geräusche von diesen typischen Game-Automaten aus den 80ern. Das fand ich auch so schön. Da sind wir wieder bei diesen Kleinigkeiten einfach. Das Große und das Kleine passt einfach. Noch so eine Kleinigkeit. Boba befiehlt den Pikes ja Single-File zu laufen. Also als er sagt, hier, ihr müsst mal nach Hause laufen. Das ist eine Anspielung an Ben Kenobis Beschreibung, wie Sandleute laufen. Also Sandleute bewegen sich im Gänsemarsch. Hieß es im Deutschen und im Englischen Original war es Single-File. Und ich finde es super von der deutschen Übersetzung, dass die das gemerkt haben, dass es eine Anspielung ist hier an Episode 4 und dass sie in der deutschen Übersetzung auch den Gänsemarsch aufgreifen. Wortwörtlich, so wie Ben Kenobi das gemacht hat. Deswegen danke an den Dialogbuchautor Klaus Bickert und die übrigen Menschen, die da redaktionell gearbeitet haben an dieser deutschen Übersetzung. Echt super. Anderer lustiger Moment war, als Boba die Echse geschenkt bekommt. Er weiß ja offensichtlich nicht, was das ist, was das soll mit diesem Geschenk. Aber er bewahrt die Fassung, versucht sich respektvoll respektvoll zu bedanken. Wie ist es? Danke. Ich werde es mir guideen lassen. Das ist schon so ein bisschen lustig gewesen auch für mich, dass man das so sieht. Er muss sich versuchen, dieses respektvolle Danke abzuringen. Und dann springt ihm dieses Vieh in die Nase, nachdem der Häuptling ihn da mutmaßlich noch ein bisschen Spice ins Gesicht gestreut hat. Und das ist deswegen toll, weil Star Wars ist da wieder dieses fantasievolle Weltraumabenteuer. Zudem ist einfach dazu gehört, dass da schräge Dinge drin sind. Richtige, blöde Dinge. Dem springt eine Echse in die Nase. Das ist genauso blöd wie die Frosch-Lady. Oder die Tatsache, dass da so ein kleiner Gnom auf Dagobar sitzt, der gesteuert wird mit Stöckchen. Und der erzählt uns einen von der Macht. Und ich weine in Episode 8, wenn Yoda da sitzt und spricht über, wie die Schüler irgendwann die Meister überholen. Aber es ist in Wahrheit eine echt alberne Puppe, die mit Stöcken gesteuert wird, mit Haaren auf den Ohren. Ja, dieser Mix, der reinkommt, diese blöde Leinen im starken Kontrast zu den ernsten Dingen, die passieren. Und hier in dieser Szene mit dieser Echse ist das Ernste dann ja Bobas spirituelle Reise. Das waren so unsere lustigen Momente und unsere Action-Momente. Kommen wir mal in das Feld Kritikwürdiges vielleicht. Gibt es denn irgendwas, womit du Probleme hast? Irgendwas, was du kritisieren willst oder wo du Fragen hast? Ja, wie gesagt, für mich war das der Eidechsen-Trip und den haben wir besprochen. Das Fragezeichen ist bei mir erloschen. Und die zweite Sache, bei der ich ein bisschen Bedenken hatte, habe ich eigentlich auch schon angesprochen. Vielleicht fasse ich das nochmal ganz kurz zusammen. Und zwar geht es mir eben um die Darstellung der Tusken, die wir jetzt tatsächlich als rein gute Wesen sehen und sie in unser Herz schließen. Was ich total schön finde. Also ich finde es super, das so zu sehen und dass sie mir sympathisch werden. Ich finde es dennoch irgendwie wichtig, nicht zu vergessen, wie Tusken sonst sein können. Und dass sie eben diese zweite Seite haben, wenn es darum geht, dass die Menschen begegnen, die schwächer sind. Das ist sozusagen dieses Fragezeichen oder dieses Problem, was ich sehe, diese etwas einseitige Darstellung. Aber ich kann mit ihr sehr, sehr gut leben, weil es dient der Folge, es dient dem Storytelling. Wir haben alle noch eigentlich im Gedächtnis, was sie sonst können. Und sofern das jetzt nicht nur bei dem Einseitigen bleibt, so wie es in dieser Folge ist, kann ich damit ganz gut umgehen. Ich würde mich dem anschließen. Das ist ja tatsächlich dieser Fokus, den diese Folge setzt, die Tusken so zu zeichnen und in dieser Folge darauf zu verzichten, sie nochmal zu zeigen als potenziell brutale Wesen, die auf Schwächeren, wenn sie es können, rumtrampeln und da keine Rücksicht drauf nehmen. Man muss das halt zusammen sehen. Diese ganze Serie fühlt sich für mich auch schon jetzt weniger an wie eine Sammlung von Episoden, sondern das wirkt auch schon eher wie so ein großes Ganzes, was man echt hintereinander gucken sollte auch irgendwie. Und es finde ich legitim zu sagen, in dieser Folge sehen wir diesen Aspekt der Tusken, weil den anderen Aspekt der Tusken haben wir in der Folge vorher gesehen, in Kapitel 1. Da sehen wir das ja, wie sie umgehen mit Boba selbst und wie sie auch mit dem Rodianer umgehen. Und das reicht mir eigentlich. Deswegen ist das völlig okay, so aus meiner Sicht. Aber ich kann verstehen, dass du sagst, Vorsicht, dass die das jetzt nicht zu sehr in diese Richtung drehen und vergessen, was die auch sein können. Aber das haben wir auch schon oft gesehen, wie die sein können. Und ich möchte daran erinnern, dass es eine sehr unbeliebte Folge war von The Mandalorian, nämlich dieses Kapitel 5 mit Toro Calican, den keiner mochte. Wir haben damals in unserer Besprechung gesagt, warum man den sehr wohl mögen kann und warum der so Sinn macht, wie er Sinn macht. Aber es ist auch völlig okay, den weiter nicht zu mögen. Aber es war in dieser Folge, die so geringschätzt wird, wo das Fundament gelegt wird für das, was wir jetzt erzählt bekommen. Die Tusken können anders sein. Man muss es nur sehen. Man muss die Augen offen machen. Man muss ihnen begegnen auf Augenhöhe und ihnen entgegenkommen und sich anpassen und darauf einstellen, auf ihr Verhalten und sich entsprechend anders verhalten. Und dann können sie sich öffnen und man kann sie sehen und man macht einen ersten Schritt in eine größere Welt. Absolut. Ich habe noch eine Frage gehabt, die ich in Richtung Kritik einsortieren würde, wo ich aber für mich auch schon so eine Lösung habe und vielleicht kannst du mir helfen, ob ich da auf dem richtigen Weg bin. Die Frage, die ich habe, lautet, wo ist eigentlich die Macht? Weil die Macht ist ja ein Grundbaustein in Star Wars. Star Wars ohne Macht geht nicht. Aber wo ist die Macht in The Book of Boba Fett? Verstehst du, was ich meine? Also sie ist offenkundig nicht da. Also man sieht niemanden, der Felsen hochhebt oder jemanden heilt. Nichts davon ist zu sehen. Und da frage ich mich, darf das so sein? Sollte sich das ändern? Auf der anderen Seite denke ich mir gleichzeitig, die Macht ist vielleicht an der Oberfläche nicht sichtbar, aber thematisch scheint sie mir schon da zu sein, wenn man genauer hinguckt. Und das musste ich mir aber auch erst mal so ein bisschen abbringen. Also die Macht steht ja dafür, dass alle Wesen miteinander verbunden sind. Was der Einzelne tut, macht einen Unterschied. Wenn Alderaan explodiert, fühlt Obi-Wan diese Erschütterung der Macht, weil alle Wesen auf Alderaan erzeugen dieses Energiefeld und in dem Moment, wo die sterben, gehen die in die kosmische Macht über und dieses Energiefeld wird erschüttert. Ja, es bewegt sich. Und Obi-Wan spürt das, weil er die Midichlorianer in sich hat, die ihm das möglich machen, diese Macht zu fühlen. Und was das Imperium hier tut, macht einen Unterschied für die Individuen auf Alderaan und viele andere Individuen, die sich dadurch inspiriert fühlen, gegen das Imperium zu kämpfen und aufzustehen gegen Ungerechtigkeiten. Also hier wirkt die Macht. Das ist so in The Book of Boba Fett irgendwie auch zu sehen, nur irgendwie anders. Also wenn die Nikto-Swoop-Gang da in die Toschi-Station geht und die kleinen Leute vermöbelt, Lukes Freunde, Kami und Fixer, ist das so viel anders? Weil das steht doch dafür, was die kriminellen Banden hier machen. Das macht einen Unterschied für diese kleinen Leute. Alles ist miteinander verbunden. Und wenn Boba Fett da reingeht und Kami und Fixer beschützt, handelt der da nicht auch so ein bisschen von der Macht geleitet, so wie ein Jedi es tun sollte? Also benutzt er seine individuelle Stärke hier in diesem Moment nicht, um die Schwachen zu beschützen, wie ein Jedi es tun sollte? Also ist hier die Macht am Werk mit ihrem Grundmechanismus? Sie verbindet alle Wesen? Nur man sieht es nicht. Es drückt keiner aus. Es ist ja oft so schon gewesen im erweiterten Universum und dem Kanon, dass irgendwo die Macht am Werk ist. Aber es wird nicht gesagt, weil diejenigen wissen es nicht. Sie können es nicht ausdrucken. Sie haben da keine Kenntnis drüber. Sie müssen erst unterwiesen werden. Ist insofern vielleicht die Macht am Werk. Und der zweite Hinweis, den ich für mich hergestellt habe, ist tatsächlich diese Echse. Könnte die Echse nicht ein Hinweis sein auf die Macht? Weil die bildet eine kurze Zeit lang mit Boba eine Symbiose. Und in dieser kurzen Zeit der Symbiose kann Boba bestimmte Dinge anders wahrnehmen. Ist das nicht so ähnlich wie mit den Midichlorianern? Das sind ja diese kleinen mikroskopischen Lebensformen, Lebensformen, die in Symbiose leben mit anderen Wesen, die in Anakin drin sind, in Obi-Wan, in Qui-Gon. Und dadurch können diese Individuen die Macht besser wahrnehmen, durch die Midichlorianer, durch die Symbiose mit denen. Und ist das, was Boba da erlebt in seinem Spice-Dream, nicht vielleicht eine Art Machtvision, die er nur haben kann durch diese Symbiose mit dieser Echse, weil diese Echse seine Wahrnehmung verstärkt. Wir haben es ja oft, dass Leute in Star Wars das Wirken der Macht wahrnehmen, das aber nicht erkennen oder einfach nur nicht so benennen. Und Boba nennt das hier einen Spice-Dream anstatt eine Machtvision. Ist es vielleicht da schon angelegt, die Macht, nur ich habe es nicht gesehen, oder geht dir das zu weit? Tatsächlich waren das die Stichworte, die ich mir notiert habe, als du mir die Frage gestellt hast. Das war das Erste, was ich gedacht habe, dass wenn wir tatsächlich von der spürbaren Macht hier sprechen wollen, dann ist es genau dieser Moment. Und das wäre ja spannend an sich zu wissen, inwiefern das Gewürz mit der Macht in Verbindung steht, die Echse sozusagen, was da eigentlich dahinter steckt. Aber eigentlich ist es auch schön, wenn es mystisch bleibt, weil ich meine, das ist ja auch irgendwie die Welt von Star Wars, die auch mystisch sein soll, um so spannend zu bleiben, in der nicht jede Kleinigkeit erklärt werden soll. Und was deine erste Vermutung in der Toschi-Station angeht, da würde ich, glaube ich, nicht so weit mitgehen zu sagen, dass es die Macht war, die Ober geleitet hat. Aber das ist nur nach meinem Verständnis. Also er handelt dort nach dem Jedi-Kodex, in dem er die beiden verteidigt. Aber es ist für mich mehr eine moralische Entscheidung und weniger die Entscheidung der Macht. Also ich hoffe, ich brauche nicht die Macht, um moralisch das Richtige zu tun, zu sagen. Ich will nicht sagen, dass man die Macht braucht, um moralisch das Richtige zu tun. Aber du handelst unbewusst im Sinne der hellen Seite der Macht. Du handelst im Einklang damit, mit der Lehre der Jedi. Das heißt nicht, dass du ein Jedi bist. Aber im Grunde ist da das mystisch Gute am Werk. Also das, was die Leute nach vorne treibt, was Leuten Hoffnung gibt, die auch nicht machtfühlig sind. Im Grunde ist das hier am Werk, aber es wird nicht so benannt. Es kann sein. Ich muss aber sagen, ich persönlich brauche nicht unbedingt in diesen Szenen die Macht, damit für mich die Folge im Star Wars-Universum stattfindet. Denn tatsächlich glaube ich, dass ein ganz, ganz großer Teil der Wesen, die die Star Wars-Welt bevölkert, mit der Macht an sich so gut wie gar nichts zu tun hat. Also mit der kosmischen auf jeden Fall, aber mit der greifbaren Macht. Und ich finde es in Ordnung, wenn sozusagen nicht in jedem Bereich, den wir sehen werden, die Macht an sich eine Rolle spielt. Ja, sehe ich. Gleichzeitig ist es ja so, wie Yoda sagt, die Macht wird von allen lebenden Wesen erzeugt. Also alles ist verbunden zwischen mir, dir, dem Baum, den Felsen dort allgegenwärtig. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass die meisten Leute nichts mit der Macht zu tun haben. Im Gegenteil. Jeder Einzelne da auf Tatooine, auf Alderaan, überall. Jeder Einzelne, der im Star Wars-Universum existiert, jedes Lebewesen erzeugt diese Macht. Das gehört halt zur Grundmythologie dazu. Und deswegen, ja, es spielt überall eine Rolle, nur es wird halt nicht benannt und nicht immer wahrgenommen. Das ist ja nur mein Punkt. Und ich vermisse es noch, dass es nicht benannt wird und noch nicht explizit genug erkennbar ist. Ich kann aber auch verstehen, dass Boba Fett nicht der richtige Charakter dafür zu sein scheint. Ja, also Boba Fett war für uns lange der Kopfgeldjäger. Und wir haben jetzt eine Reise begonnen, den anders kennenzulernen. Und wenn man den jetzt halsbrecherisch über Nacht zum machtfühligen Machtnutzer machen würde, das wäre schwierig. Also da müsste man ganz viele Leute erst mal dran gewöhnen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das will. Ich will das vielleicht gar nicht benannt haben. Es muss ja auch nicht Boba sein, der da irgendwie machtfühlig wird oder so. Auch wenn das jetzt hier vielleicht schon wurde durch die Echse. Kann ja sein. Aber das Thema muss kommen. Es muss auch benannt werden für mich. Verstehe ich. Das war auch ein Teil, der Mandalorian so gut gemacht hat für mich. Dass es diesen mystischen Grogu gab. Das war ganz wichtig. Und es würde was fehlen, wenn wir nicht was Vergleichbares hier in dieser Serie hätten. Für mich. Ich möchte aber auch offen sein dafür, wie sie die Serie erzählen. Und das ist auch völlig okay, wenn sie es nicht tun, weil es ist jetzt schon großartig. Ich habe ja gesagt, es ist Star Wars und es funktioniert auch so. Ich habe mir halt diese Frage gestellt. Wo ist die Macht? Lass uns da dranbleiben. Ja, auf jeden Fall. Gibt es noch andere Dinge, die du ansprechen möchtest? Vielleicht zur Machart, zur Gestaltung? Ist dir irgendwas aufgefallen? Irgendwas wichtig? Einige Sachen. Das habe ich bereits schon öfters erwähnt. Aber diese Entscheidung, sich Zeit zu nehmen beim Drehen, die Zeit dafür zu nehmen, die Blicke und die Gesten, die Worte sprechen zu lassen, fand ich ganz, ganz, ganz großartig. Die gesamte Rückblende funktioniert größtenteils ohne gesprochene Worte, aber es wird so viel gesagt. Die Mimik, die Gestik, beziehungsweise eher die Gestik bei den Tusken und die Mimik von Tim Morrison, der einfach nur die Mimik für alle übernommen hat, gefühlt, war unfassbar schön gemacht und wirklich, wirklich große Kunst. Denn die Gefühle der Tusken konnte man wunderbar erkennen, ohne dass man übersetzen musste mit Untertiteln, was sie da gesagt haben. Man hat ja bewusst die Entscheidung getroffen, nicht die Zeit einzusparen in dieser Folge und alles mit Untertiteln zu belegen, sondern komplett das, was die Tusken sagen, wie sie miteinander kommunizieren, offen zu lassen und das durch die gezeigten Bewegungen, Blicke, Nicken oder auch Nichtnicken darzustellen. Das fand ich eine ganz, ganz große Sache. Hier ist Star Wars wieder sehr präzise in der Art, wie es sich entscheidet, Dialog zu wählen und zu setzen, sehr sparsam und gleichzeitig Gefühle in Bildern und Tönen zu erzeugen. Und bei den Tönen habe ich eine Frage. Es ist weniger Kritik, mehr Fragen zur Machart, was die Gestaltung angeht. Also ich mag sehr vieles an der Musik, auch gerade in Kapitel 2. Ich lasse mich da auch gerne mitnehmen, aber ich kann nicht immer das große Konzept hinter der Musik sehen bisher. Also bei John Williams, bei Ludwig Göransson, bei Michael Giacchino und Co. konnte ich irgendwann stärker Motive erkennen und sah dann eine sehr bewusste Entscheidung, diese Motive einzusetzen. Also bei John Williams und anderen war das teilweise ein genialer Einsatz von Motiven in den richtigen Momenten. Hier bei dem Soundtrack, wie Joseph Shirley den ausgeführt hat in diesem 2. Kapitel, kann ich das noch nicht immer erkennen, dass da Motive sehr bewusst platziert werden. Aber ich will mich da jetzt auch noch nicht zu weit aus dem Fenster wagen. Es braucht vielleicht auch einfach noch Zeit. Das muss sich noch entwickeln und die Zeit will ich dem Soundtrack auch geben. Ich verstehe es absolut. Ich habe mich das tatsächlich auch gefragt, weil mir da auch die gewissen Motive irgendwo gefehlt haben. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, wir sind gerade in der 2. Folge. Es fühlt sich zwar schon wie viel, viel länger an, aber es ist immer noch die 2. Folge und da ist noch Zeit zum Entwickeln da. Und man setzt die Musik hier so bewusst an manchen Stellen ein, wie das mit den Zugrädern und dem Hupen des Zuges durch die Blasinstrumente dargestellt, dass es durchaus sein kann, dass erstmal das Musikalische im Hintergrund aus dem anderen Augenwinkel erstmal betrachtet wird und unterstützend auf eine andere Art und Weise da ist. Aber ich hoffe tatsächlich auch, dass sich noch gewisse Motive entwickeln werden. Bleiben wir bei unserem Ausblick auf unsere Hoffnung, Erwartung. Was erwartest du denn, wie es weitergeht? Ach, die Frage, die Frage. Ich versuche tatsächlich nicht zu viel Genaues mir vorzustellen, einfach weil ich meine Erwartungen offen lassen möchte, um nicht enttäuscht zu werden. Ich habe aber tatsächlich etwas, bei dem ich mir ganz sicher bin, das möchte ich nicht sehen oder das hoffe ich sehr, dass es nicht in diese Richtung gehen wird. Und zwar hoffe ich, dass es zu keiner Liebesbeziehung zwischen Boba und der Tusken-Kämpferin kommen wird. Ich habe jetzt schon in den paar Tagen öfters gelesen, es wird spekuliert, ob da jetzt noch was laufen wird oder nicht. Und ich muss sagen, das ist eine ganz persönliche Meinung, aber es werden Geschichten oft so unnötig in Liebesbeziehungen gedrängt, wo es eigentlich viel, viel, viel schöner wäre, das so zu belassen, wie es ist. Also ich denke da an das Beispiel in Game of Thrones als in der letzten Staffel zwischen der wunderbaren Freundschaft von Brienne von Tart. Brienne heißt sie. Brienne, genau. Und Jamie Lannister, diese unnötige Liebesgeschichte entstanden ist. Also warum musste man diese wunderbare Freundschaft, die da war, auf diese Art und Weise zerstören? Das ist ein ganz, ganz persönlicher Blick. Aber ich finde einfach nur auch, dass Beziehungen viel, vielfältiger sind als nur Liebesbeziehungen. Und ich hoffe einfach nur, dass sie nicht diese ganze aufgebaute Beziehung am Ende auf eine Liebesbeziehung runterbrechen, sondern dass es komplexer bleibt. Ich könnte jetzt auch nicht erkennen, warum das nötig wäre für den Charakter Boba Fett und für die Geschichte. Warum müsste man da noch mehr aufs Spiel setzen? Liebesgeschichten dienen ja dazu, sozusagen die Fallhöhe für den Helden zu vergrößern. Also er kann etwas verlieren, seine große Liebe kann ihm genommen werden oder er muss sie zurückgewinnen oder so. Und das braucht dieser Charakter hier nicht. Also der hat andere Dinge, nach denen er greift und die er verlieren kann. Und da habe ich auch eine große Hoffnung oder Erwartung. Aber erstmal will ich sagen, was ich mir zuerst aufgeschrieben habe in meiner Liste. Was erwartest du, wie es weitergeht? Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, war Boba und Black Crescenton müssen direkt aufeinandertreffen. Also dieser Blick, den der Wookie dem Boba zum Abschied dargelassen hat, der hat so geschrien, Alter, wir sehen uns wieder und dann reiße ich dir die Arme aus dem Gelenk. Oder Schlimmeres? Das muss unbedingt passieren, ja. Haben nur die zwei Finger gefehlt, die so von den Augen von dem einen zum anderen zeigen. ah, ich sehe ihn. Ja, genau. Also, er wird wiederkommen. Und ich glaube, wir sind noch nicht fertig, was die Flashbacks angeht in Bobas Vergangenheit. Also ich kann mir vorstellen, dass es noch einen Bereich abdecken wird, der bisher nur angeteast wurde, nach meiner Wahrnehmung, nämlich, was hat Django Fett Boba eigentlich darüber erzählt, was das bedeutet, diese Rüstung zu tragen und ein Mandalorianer zu sein. Wir haben ja in der Serie The Mandalorian im Kapitel die Tragödie in diesem Moment gehabt, als Boba sein Chaincode aus der Rüstung projiziert. Du erinnerst dich, ne? Und wenn man das übersetzt, was da stand in diesen Schlagworten aus dem Chaincode, dann sind das Schlagworte aus der Vergangenheit der Fetts. Da steht Boba Fett, Vater Fett, Mentor, Juste, da fehlte ein Buchstabe, das knüpft wahrscheinlich an an den legendären Juster Mareel, den Ziehvater von Django Fett und Concord Dawn tauchte auf der Planet, wo Django Fett lange gelebt hat. Dann sind da die beiden Worte noch Tuck into und Foundling. Also die Dinge, die andeuten, im erweiterten Universum gab es noch mehr über Django Fett. Django Fett war dieser Waisenjunge, der von dem Mandalorianer Juster Mareel aufgenommen wurde und den Weg des Mandalore erfahren hat. Ja, also Django war ein Foundling, genau wie der Mandalorianer Din Djarin einer war. So, und welche Version eines Mandalorianischen Kodex hatte Django dann verinnerlicht? Und was hat er davon an Boba weitergegeben? Kommt Boba darauf jetzt vielleicht wieder zurück? jetzt, wo er diese Reise mit den Tusken absolviert hat, wird das nochmal wichtig. Implementiert er irgendwas aus Django's Lehren jetzt wieder neu in seinen persönlichen Kodex? Und welche Rolle spielt das noch, wenn man bedenkt, dass The Book of Boba Fett ja Teil dieses sogenannten Mando-Verse ist? Also die Geschichte um den Mandalorian und Boba Fett sollen ja eng miteinander verwoben sein und bei The Mandalorian kann man jetzt ahnen, dass die Geschichte vermutlich Richtung Mandalore schaut und auf das Darksaber und so. Und was macht einen Mandalorianer wirklich aus? Wird das bei Boba Fett auch nochmal eine Rolle spielen? So wie das bei Din Djarin eine Rolle gespielt hat? Weil diese beiden Geschichten sind ja miteinander verbunden und von der Machart her sind sie ja auch aus einem ganz ähnlichen Gewebe. Es ist nicht zufällig, dass so viele Leute sagen, ey, das ist jetzt hier wie bei The Mandalorian. Das haben wir ja in Folge 1 teilweise auch gesagt, dass die Struktur daran sehr erinnert und es ist nicht nur die Struktur, es ist auch die Bildsprache, es ist die Art, wie die Musik designt sind. Ja, das ist ein ganz ähnliches Gewebe bei The Book of Boba Fett und Din Djarin, aber das ist ja klar, weil diese Geschichten gehören zusammen. Und deswegen frage ich mich, dieser Weg des Mandalore, diese Rüstung, die Bedeutung, das Erbe, was bedeutet es, Mandalorianer zu sein, was hat Django Fett Boba erzählt, spielt das nochmal eine Rolle. Das ist so eine Hoffnung, die ich habe, ja. Wäre es für dich wichtig zu sehen, wie Boba Fennec Shand gerettet hat? Oder ist es etwas, bei dem du sagst, da reicht dir das, was wir bisher wissen? Also mir reicht das, was wir gesehen haben, wie sie da tot geglaubt im Sand liegt auf Tatooine und er kommt und wir sehen dann später, sie hat diese mechanischen Organe irgendwie, also irgendwie hat er ihr geholfen, wieder heil zu werden und dass das reicht, um diese Verbindung zu schaffen, die sie haben. Brauchst du das? Da müsste ich mir wahrscheinlich noch Gedanken darüber machen, das ist mir tatsächlich gerade in den Sinn gekommen, weil bisher die beiden Charaktere ja sehr oft als gleichwertig dargestellt werden und da frage ich mich schon, inwiefern wir dann auch die Hintergrundgeschichte von ihr brauchen, damit das tatsächlich eine Gleichwertigkeit sein wird oder versichtet man darauf? Und muss die Hintergrundgeschichte da an dieser Stelle erzählt werden? Im Grunde ist ja, wir haben zwei Leute, die verbindet diese Tatsache, sie sind beide tot geglaubt gewesen und es gibt so eine gewisse Lebensschuld, was ihn angeht, aus ihrer Sicht, aber inzwischen sind sie nicht ganz synchron, was so das Bild von Herrschaft angeht und möglicherweise wird sie noch in Versuchung geführt, sich von ihm zu lösen, gerade wo jetzt die Hutten da sind, also das kann ja eine Herausforderung für Fennec Shent sein, die Hutten haben auf jeden Fall genug Mittel, um Fennec in Versuchung zu führen, um Fennec von Boba Fett wegzukaufen, ja und wie entscheidet sie sich da? Das wäre auf jeden Fall von Seiten der Hutten ein logisches Manöver, den Boba da zu schwächen, aber muss auch nicht sein. Eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, eine Herausforderung für Boba könnte auch mit der Frage zu tun haben, wer hat hier eigentlich das Recht auf Land und Besitz? Also Boba hat ja den Pikes gegenüber betont, dieses Land, dieses Dünenmeer ist sozusagen Erbterritorium der Tusken und in der Gegenwart stellt sich diese Frage, nach wem gehört das ja alles ja auch neu, wer hat das Recht über Mos Espa und Umgebung zu herrschen, wer sitzt auf dem Thron in Jabas Palast, dürfen das die Hutten mit ihrem Dokument, was sie da zeigen, oder darf das Boba mit seinem Claim, den er vorträgt, ich habe mir hier das von Bib Fortuna genommen, oder kommt da vielleicht noch ein anderer Player rein, und welcher Player könnte das sein? Wer hatte das ursprüngliche Erbrecht auf Jabas Palast? Das waren die Bomarm-Mönche, also diese Spinnenviecher, von denen wir eines im Trailer gesehen haben und von denen einer in die Rückkehr der Jedi-Ritter im Hintergrund durch das Palasttor gelaufen ist. Es gehört ja zum Kanon, dass diese Bomarm-Mönche die ursprünglichen Eigentümer von Jabas Palast waren. Und vielleicht treten die ja nochmal auf den Plan und erweisen sich als die eigentlich rechtmäßigen Herrscher oder Besitzer zumindest dieses Palastes und damit vielleicht auch Daimyos und vielleicht entwickelt sich das ja in die Richtung, dass Boba für die Platz macht, weil er zu der Einsicht kommt, das sind nicht nur die rechtmäßigen Eigentümer, sondern vielleicht auch die besseren Herrscher. So wie am Ende von Game of Thrones alle kämpfen jahrelang um diesen blöden eisernen Thron und am Ende wird jemand anderes Herrscher, nämlich derjenige, der offensichtlich der Weise ist und der keine Ambition hat zu herrschen. Vielleicht läuft es ja auch da raus, das kann ja auch eine Herausforderung für Boba Fett sein, diese Erkenntnis zu haben. Macht Boba Platz? Und fokussiert sich dann auf andere Ziele, die außerhalb von Tatooine liegen. Das ist eine Spekulation, eine Frage, ich sage nicht, dass es so kommen muss, aber es könnte sein, es würde auch irgendwie Sinn machen für die Geschichte. Kannst du das nachvollziehen? Macht es irgendwie für dich Sinn oder sagst du Quatsch? Absolut. Während du das Ganze jetzt gerade beschrieben hast, bin ich mit meinen Gedanken genau zu dieser Frage gekommen, was ist, wenn Boba überhaupt feststellt, das ist eigentlich gar nicht das ist, was er will. Und dann sagst du das, also es ist für mich absolut logisch und es wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend und das heißt, dass wir noch eine wahnsinnige Charakterentwicklung sehen werden, wenn es so kommen sollte. Und wenn das alles nicht so kommen sollte, ist auch gut. Also ich bin bereit, die Geschichten so zu nehmen, wie sie uns da präsentiert werden und was das Team da bisher aufgebaut hat, da bin ich hundertprozentig an Bord. Danke, Dasha, schön, dass wir The Book of Boba Fett Kapitel 2 besprochen haben und liebe Zuhörenden, danke, dass ihr uns so lang euer Ohr geliehen habt. Wenn euch noch Gedanken sind, dann teilt sie uns mit. Ihr findet unter dieser Folge diverse Möglichkeiten zu kommentieren, uns zu erreichen. Am liebsten habe ich es, wenn ihr tatsächlich unter die Folge direkt kommentiert, aber nutzt da gerne alle Möglichkeiten, die ich euch biete und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, Kevin und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Macht's gut. Bis dann. Ciao.